Ja, ich fange mal an. Herzlich willkommen hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Zum Ablauf, wenn man was sagt, bitte dieses rote Knöpfchen drücken, weil dann haben wir das im Stream. Das heißt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann kann man dort auch hören, was hier gesagt wurde. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema Schulsozialarbeit beschäftigen. Ich sage vielleicht erst mal, wer ich bin. Ich bin die parlamentarische Geschäftsführerin der Piraten hier im Landtag NRW und im Ausschuss für Schule und Weiterbildung und insofern direkt betroffen von dem Thema. Ich habe viele Jahre selber in einer Förderschule Lernen gearbeitet, immer auch sehr erfolgreich mit Sozialarbeitern zusammen. Also die Notwendigkeit der Sozialarbeiter habe ich hautnah über Jahre erlebt. Und ja, vielleicht gelingt es uns heute, einmal noch mal klarzumachen, was ist eigentlich im Moment der Stand der Dinge. Das heißt, es gibt ja eine aktuelle Entwicklung. Und was können wir konkret tun, um zu verhindern, dass die Stellen hier wegfallen und dass es hier zu einem Kahlschlag kommt, was den Schulen in NRW sicherlich nicht gut täte. Wir haben jetzt hier so ein Programm, das ist sehr, sehr ausführlich. Ich habe jetzt auch nicht groß eine Rede vorbereitet. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtiger ist, dass wir uns miteinander austauschen. Und ich muss leider an dieser Stelle sagen, dass Frau Prof. Dr. Kastierke erkrankt ist und für heute Abend absagen musste, was ich ausgesprochen schade finde. Aber ich denke, wir gucken mal, wie wir das so gemeinsam hinkriegen. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man eine kurze Vorstellungsrunde macht. Ein paar Gesichter kommen mir sehr bekannt vor. Aber dass wir ungefähr wissen, wer hier ist und wer wir sind und mit wem wir zu tun haben. Wenn dagegen nichts spricht, würde ich gerne vielleicht da anfangen. Ja, hallo, ich bin Nina, ja. Ich bin persönliche Mitarbeiterin von der Frau Pieper, bereite da auch einiges vor und daher auch sehr interessiert an dem Thema. Ja, hallo, ich bin Andreas, ich bin der persönliche Mitarbeiter von Abgeordneten Oliver Bayern. Er kann jetzt im Augenblick nicht hier sein und interessiere mich eigentlich auch für das Thema. Ich bin Ruth, ich bin heute auf Einladung der Piraten aus Bielefeld zu Gast und bin Butz-Sozialarbeiterin und von der weiteren Gestaltung der Schulsozialarbeit direkt betroffen. Ich bin Anne, komme auch aus Bielefeld auf Einladung der Piraten, komme von Bielefelder Eltern für Integration und in diesem Gesamtkomplex interessiert mich dieses Thema. Hallo, mein Name ist Dietmar Schulz, bin Mitglied der Piratenfraktion Landtag Nordrhein-Westfalen und unter anderem Sprecher Haushalt und Finanzen, was auch unter anderem einen Teilbereich des Themas Schulsozialarbeit mit abdeckt, denn es geht dabei insbesondere auch um Geld. Also ich bin Olaf Wechner, ich bin Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und genau aufgrund dieser Schnittmenge, Schulsozialarbeit sagt schon der Name, es gehört eigentlich eher in den Sozialbereich, in den Schulbereich und da das in den letzten drei Jahren über den Sozialbereich gelaufen ist hier im Land, haben wir auch den Antrag im Sozialbereich gestellt, dass die Schulsozialarbeit weiter bestehen soll. Mein Name ist Christa Körbis, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Olaf Wechner. Ich interessiere mich sehr für das Thema, bin unter anderem Mutter von einem Elfjährigen, der gerade in der Klasse ist, wo Schulsozialarbeit eine hohe Rolle spielt. Hallo, mein Name ist Verena Fernandes-Santos, ich komme vom Aktionsbinden Erhalte der Schulsozialarbeit in NRW, vor Aktionskreis Dortmund, das heißt auch Aktionskreis Dortmund immer noch und bin auch selber als Schulsozialarbeit in einer Schule für Geisterentwicklung tätig, auch im Rahmen von MUT. Mein Name ist Alina Hotzwick, ich bin... Ja, ja, okay, Entschuldigung. Ich bin Schulsozialarbeiterin an einer Förderschule in Wuppertal, ich bin auch bei der AWO Wuppertal tätig und auch nach dem BOT eingestellt. Mein Name ist Stefanie Bernbeck, ich bin auch Schulsozialarbeiterin aus Wuppertal, bei der AWO Wuppertal beschäftigt, an einer Grundschule tätig. Mein Name ist Detlef Busch, ich bin Trägervertreter des Alpha e.V. in Wuppertal, wir beschäftigen acht Schulsozialarbeiter im Rahmen von BUD und wir haben es gerade erreicht in Wuppertal, dass die Stadt in eine Zwischenfinanzierung von drei Monaten geht, in der Hoffnung, da bis in der Zeit tut sich auf Landesebene irgendwas, um weiter zu arbeiten. Ja, ich bin Thülin Sömer, Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Marco Mannstraße in Wuppertal und ich setze mich auch schon knapp seit einem Jahr für die Schulsozialarbeit ein und hoffe, dass wir hier auch weiterkommen in dem Punkt. Ja, mein Name ist Judith Kaiser, ich bin auch betroffene Schulsozialarbeiterin im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets und arbeite derzeit an der Solinger Grundschule. Ja, mein Name ist Christian Kaiser, ich bin hauptsächlich in meiner Funktion als je Ehemann und Piraten-Sympathisant dabei. Mein Name ist Hans-Jochen Sachs, ich bin stellvertretender Vorsitzender des Landeselternrat der Gesamtschule und wir haben auch das Problem der Sozialarbeiter an den Schulen und sind damit auch befasst. Mein Name ist Oliver Hink, ich bin persönlich ein Mitarbeiter von Olaf Wegner. Okay, ja, vielen Dank. Ich stehe jetzt hier auf dem Programm, ich soll was sagen zur Schule Sozialarbeit und Inklusion. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht darauf vorbereitet, aber ich glaube, das ist so eindeutig, dass dieser Prozess der Inklusion nicht ansatzweise gelingen kann, wenn uns die Sozialarbeiter da verloren gehen. Von der Landesregierung wird in diesem Zusammenhang von multiprofessionellen Teams gesprochen, wo die Landesregierung selber sagt, dass sie erforderlich sind und die Schulsozialarbeit macht einen wesentlichen Anteil dabei aus. Und ja, ich denke, wir sehen das alle mit Sorge, dass diese Stellen jetzt wegfallen sollen. Ich weiß nicht, wie weit, aber ich habe jetzt schon gesehen, das ist jemand hier von der Förderschule da gewesen, inwieweit halt auch klar ist, wie bedeutsam die Sozialarbeiter für den Inklusionsprozess sind. Aber ich glaube, da muss ich keine grundsätzlichen Dinge mehr sagen. Ich denke, da sind wir wahrscheinlich alle doch auf einem recht gleichmäßigen Stand. Mich würde es interessieren jetzt, um sofort vielleicht auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, an der Gesamtschule. Ist denn aktuell da so, dass da Sozialarbeiter wegfallen jetzt zum nächsten Schulhalbjahr? Ja, also teilweise sollen da jetzt welche wegfallen. Also die genaue Zahl ist zwar noch nicht bekannt, aber das ist in Arbeit. Frage auch an die anderen. Ist das ähnlich? Sind Ihre Stellen jetzt konkret gefährdet? Oder wie schaut da im Moment vor Ort die aktuelle Entwicklung auf? Weil wir wissen ja, dass das in verschiedenen Kommunen sehr unterschiedlich ist. Einige Kommunen haben die Gelder noch, da läuft es noch bis zum nächsten Sommer. Und bei einigen Kommunen, die das Geld im Grunde ausgegeben haben, die stehen ja jetzt schon vor dem Aus. In Wuppertal ist so geregelt, dass die besetzten Stellen weiter gefördert werden. Allerdings jede frei werdende Stelle wird nicht neu besetzt. Also wo immer jetzt Schulsozialarbeiter sich auf den Weg gemacht haben, eine neue Stelle zu finden, die Stellen werden vorläufig nicht besetzt und die Arbeit fällt flach an der Stelle. Ich habe da noch eine Frage, weil mich das jetzt gerade im Zusammenhang auch mit Wuppertal, ich selber komme aus Wuppertal, interessiert. Seit wann ist denn jetzt geklärt oder seit wann hat die Stadt gesagt, die drei Monate? Weil das würde mich jetzt aufgrund von einer anderen Information, wo ich gleich noch zukomme, sehr interessieren. Die Verträge sind am Montag unterschrieben worden. Inoffiziell bekannt ist es seit Mitte letzter Woche. Ja, vielleicht zu Situationen in Solingen. Also da ist es so, dass wir bis zum 31.07. jetzt noch befristet sind, also das Schuljahr noch zu Ende machen können. Wobei man so ein bisschen unterscheiden muss. Wir sind halt auch Stellen von freien Trägern, wo ich jetzt auch beispielsweise bin, und städtische. Und bei den städtischen ist es wohl auch so, dass da aufgrund der Personalverträge eigentlich wahrscheinlich auch eher noch Leute da nach und nach wegfallen werden. Aber so allgemeines Deadline ist bei uns eben der 31.07. Also in Dortmund ist es ja so, dass wir das erkämpft haben bis 31.07. Wir waren ja so dank unseres Einsatzes so in der Vorreiter, wo viele Städte sich ein Beispiel genommen haben oder ein Anlass dann dafür war, dass verlängert werden durfte im Rahmen der Bud-Restmittel. Also wir sind bis 31.07.2014 noch in Lohn und Brot, allerdings halt bei anderen Trägern, Anstellungsträgern, da wir alle sachgrundlose Befristungen hatten. Wir konnten als Mitarbeiter gar nicht verlängert werden. Wir sind dann in mündlicher Absprache, also jetzt bei anderen Trägern, beziehungsweise Tochterunternehmen innerhalb der Diakonikaritas und so weiter, weil wir waren Tals, Tals, Stadt und andere Träger. Die Absprache, die mündliche ist so, dass wir zurückkommen zur Stadt, falls eine dauerhafte Sicherung passiert. Ansonsten, ja, wenn keine dauerhafte Sicherung möglich ist, dann ist es so, dass wir im Höchstfall halt nochmal ein Jahr über den Träger verlängert werden können, da wir dann ja auch nur wieder zwei Jahre befristet, sachgrundlos befristet werden dürfen. Dann davon gehen wir hoffentlich oder gehe ich in Dortmund eigentlich nicht von aus, also es wird parallel auch da an Alternativen gearbeitet ab Sommer. Es fallen ja so ein paar Finanzierungs-Sachen weg, ich glaube so Lidarbeitrag und solche Sachen und man guckt wohl in Dortmund auch vielleicht, dass die Kommune noch was beitragen kann, aber offiziell ist natürlich nichts, genauso wie vom Land nichts offiziell ist, weil der Bund ja noch irgendwie doch wieder ins Spiel gebracht werden kann, nämlich im Wischiwaschi-Koalitionsvertrag sozusagen. Ja, da kann ich ja vielleicht direkt mal direkt mit dem nächsten Punkt anfangen, und zwar die Sachlage im politischen Prozess. Der stellt sich immer ziemlich, der stellt sich ein bisschen kompliziert dar, wenn man den jetzt wirklich völlig komplett von der fachlichen Seite her mal betrachtet. Im Grunde genommen ist es aber relativ einfach, es geht im Grunde genommen nur darum, wer zahlt das Geld. Es geht darum, wer übernimmt die Kosten. Sie sagten ja auch selber ja jetzt schon zum Teil, dass Sie ja über das BUD, also als BUD-Sozialarbeiter, beziehungsweise Schulsozialarbeiter eingestellt sind und da geht, da sieht es eigentlich aus. Also da müsste man das mal im Kurz, doch vielleicht von der Historie etwas formell ganz kurz erklären. Das Geld ist ja drei Jahre lang vom Bund gezahlt worden, obwohl der Bund sich selber nicht, nicht oder die damalige Regierung sich nicht verpflichtet sah, es zu tun. Es war eine Absprache mit den Ländern, dass die zum Teil die Kosten übernehmen. Das Ganze wurde, die Länder hätten es gerne immer, oder zumindest die Länder, die es gewollt haben, hätten es immer gerne bei der Schule angesiedelt gehabt. Aber dann hat der Bund ganz klar gesagt, das geht nicht. Bund, Kooperationsverbot. Wir dürfen gar nicht Schule. Wir siedeln das ans BUT an und berechnen das, das ist alles ein bisschen verrückt, und berechnen das nach den Kosten der Unterkunft, die in den einzelnen Ländern anfallen. Das heißt, es sind 25 Prozent mehr Kosten der Unterkunft gezahlt worden an die Länder und somit auch an die Kommunen, als eigentlich dem Gesetz nach der Bund verpflichtet wäre, die Kosten der Unterkunft zu übernehmen. Und dieses Geld ist dann in Absprache, weil normalerweise gibt es keine Auflagen, die der Bund den Kommunen irgendwie machen kann, wofür sie Geld ausgeben, ist es eine Absprache gewesen, mehr oder weniger. Also klar, man wollte es eventuell auch verlängern, also man hat sich daran gehalten, die einen Kommunen etwas mehr, die anderen weniger. Das ist aber immer wieder das Gleiche, haben wir auch Zahlen zu, dass manche Kommunen sogar eine ganze Menge mehr Geld ausgegeben haben, als sie eigentlich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Andere Kommunen haben weniger ausgegeben. Also nicht komischerweise, zum Glück, das sind jetzt allerdings die Kommunen, die es zum Beispiel auch noch ins nächste Jahr strecken können. Ich habe es gerade mal überschlagen, also Dortmund dürfte noch für ein ganzes Jahr Geld haben, aufgrund dessen, dass sie es noch nicht ausgegeben haben. Andere Kommunen haben schon ein Minus dort stehen. Die haben es eigentlich nicht mehr. Das Thema war in dem ganzen Jahr nicht hier anzubringen, beziehungsweise es war klar auch immer, woran es scheitern würde. Es scheiterte immer wieder an den unterschiedlichen Auffassungen zwischen der CDU und der SPD, wer für die Kosten zuständig ist. Das war natürlich, solange der Wahlkampf lief, war keine Einigung, irgendwo herzuholen. Also jeder bestand ja natürlich auf seinen Standpunkt und den auch sicherlich noch als Alleinstellungsmerkmal im Wahlkampf. Somit war da auch überhaupt keine Gesprächsbereitschaft, auf beiden Seiten nicht. Dann kam ja die Verhandlungen zur Großen Koalition und ab dem Moment konnte unserer Meinung nach zumindest das Land nicht mehr so ganz alleine auf die böse CDU, sage ich jetzt mal verweisen, die das alles anders sieht. Zum Teil sitzen sie jetzt mit in der Verantwortung im Bund. Und da ist jetzt passiert, dass in der letzten Nacht noch, also ich kannte auch immer die Koalitionsentwürfe, also die Verträge, die Koalitionsvertragsentwürfe, in der letzten Nacht ist noch die Schulsozialarbeit aus dem Koalitionsvertrag gestrichen worden. Das heißt, die Verhandlungsführer von der SPD haben ganz klar gesagt, ist okay, das ist ab jetzt erstmal formell Landessache. Das heißt, der Bund ist raus. Zumindest gibt es keine Absprachen auf der Koalitionsebene, jetzt im Bund, darüber, dass der Bund die Kosten übernimmt. Und warum mich das jetzt gerade mit Wuppertal sehr, sehr interessiert, aber dann gibt es das Gerücht sehr wahrscheinlich schon länger. Ich habe am Montag mit einem anderen Abgeordneten von der SPD hier gesprochen und die hat so durchscheinen lassen und aufgrund der anderen Personen, die auch noch an dem Gespräch anwesend waren, gehe ich auch davon aus, dass er davon überzeugt ist und dass das so stimmt und es scheint auch fast zu passen, dass Ende Februar sich bis dahin das Land eine Lösung überlegt hat. Mehr ist mir allerdings auch noch nicht dazu gesagt worden und da käme eventuell gleich dann dazu in der Phase gemeinsame Überlegungen, was man jetzt damit machen könnte. Weil wenn es jetzt wirklich darum geht, die Schulsozialarbeit am Leben zu halten, dann ist es nur dann möglich, meiner Meinung nach, wenn man von außen genug Druck auf die Politiker hier ausübt und denen genug demonstriert, dass man wirklich die Schulsozialarbeit erhalten möchte. Und ich sage mal so, wir als kleine Oppositionspartei können dann auch nur einen Anstoß geben, die wirklichen Überlegungen und die wirklichen Anstrengungen dazu, wie es dann gemacht wird, müssen in der Koalition, also hier in den regierungstragenden Fraktionen, sprich SPD und Grüne oder im Ministerium laufen, weil es sind schließlich 100 Millionen und da ist auch dann wieder die Frage, wo wird das Geld angesiedelt und so weiter. Das sind aber Sachen, über die man sich eigentlich, wenn man jetzt Druck oder auch Interesse für das Thema machen will, gar nicht so sehr sich auseinandersetzen muss, sondern das sind ja dann schließlich die Lösungsvorschläge, die von der Regierungsseite beziehungsweise von den Fraktionen kommen. Und wenn man das Thema hier hoch genug aufhängt, sage ich es jetzt mal so, dann sehe ich da schon eine Möglichkeit, dass die Schulsozialarbeit erhalten bleibt, weil es gibt eigentlich keinen Politiker, der sich irgendwie traut, etwas Schlechtes über die Schulsozialarbeit zu sagen. Bis jetzt war es immer diese Finanzierungssache. Bis jetzt konnten die von der SPD immer sagen, der Bund muss zahlen, der Bund muss zahlen. Jetzt kann die Regierung hier nicht mehr sagen, der Bund muss zahlen, weil jetzt ist zumindest auf Bundesebene und das mit Beteiligung der derzeitigen Regierung oder zumindest mit den Personen, die jetzt in der Regierung sind, haben dort an den Verhandlungen ja teilgenommen, abgeklärt worden, dass das Landessache ist. Und jetzt ist das Land in der Verpflichtung. Und da muss man jetzt das Land darauf hinweisen und auch ganz klar sagen, dass da was geschehen muss und da auch so schnell wie möglich. Das so, wenn jetzt noch Fragen sind, ich glaube, damit habe ich jetzt so den Sachstand halbwegs umrissen. Vielleicht noch zur Sache, der Antrag von uns ist natürlich nicht angenommen worden. Wir hatten einen Antrag gestellt, einfach einmal einen richtigen Haushaltsantrag, wo wir wirklich gesagt haben, die 102 Millionen müssen vom Land übernommen werden. Und wir wollten das auch im Sozialetat verankern, nicht im Schuletat, mit der Überlegung, dass es dann hinterher zumindest noch mal möglich ist, sich mit dem Bund kooperativ zu einigen. Weil wenn das jetzt in den Bildungsetat geschrieben wird, dann ist der Bund auf ewig draußen. Dann wird der Bund das nicht übernehmen dürfen, es sei denn, das Kooperationsverbot wird in der Verfassung aufgehoben. Aber selbst das ist nicht in den Koalitionsverhandlungen, war auch eine Frage der SPD, ist aber auch in den Koalitionsverhandlungen nicht durchgezogen worden. Also das heißt, das Kooperationsverbot wird die nächste Legislaturperiode aller Wahrscheinlichkeit nach bestehen bleiben. Also ich habe was für Sie. Ich würde Ihnen das gerne mal vorlesen, weil es ja darum geht, in Richtung zu gucken, wie kann man weiter vorgehen. Und das, was ich jetzt vorlese, wird Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Sicht des Kindes, also Lebenslagen des Kindes berücksichtigen, Sozialraumorientierung, Niedrigschwelligkeit, Gefährdungs- und Risikolagen erkennen, Vernetzung, Synergieeffekte, Verfahrensnetzwerke, Haushaltskonsolidierungseffekte, Zugangssteuerung nach § 35a, Jugendhilfe und Schule, basale Beteiligungsorientierung, Inklusionsorientierung, Themen- und Sozialraumnetzwerke. Das hat der Dr. Stolz vorgestellt, der ist Leiter des Instituts Soziale Arbeit in Münster und Leiter für das Projekt, beziehungsweise von Frau Kraft, Kein Kind zurücklassen. Und ich habe ihn vor zwei Wochen kennengelernt, habe ihn angesprochen und gesagt, ja, das ist doch Schulsozialarbeitsaufgabe. Da sagt er, ja, das ist Schulsozialarbeitsaufgabe in dem Sinne, Vorfeldsteuerung. Wir wissen, das kann Kind zurücklassen, das Projekt von der Frau Kraft ist, was sie ja hochhält, in den Wahlen hochgehalten hat und auch immer noch hochhält. Die sind da schwer am Arbeiten und Evaluieren und dann denke ich natürlich, ja, wer soll da noch Nein sagen hier? Weil wir wissen alle, dass das so richtig ist. Irgendwo habe ich im Fernsehen gesehen, wie Frau Kraft deutlich erklärt hat, Land muss Schulsozialarbeit finanzieren. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Gelegenheit, muss vor etwa einer Woche gewesen sein. Aber die Frage, aus welchem Topf und wie, ist nicht ganz uninteressant an der Stelle. Denn die Frage ist schon von großer Bedeutung, geht es aus dem Sozialtopf oder geht es aus dem Schultopf? Und da kämpfen zurzeit, soweit ich gehört habe, im Lande auch die verschiedenen Ecken. Frau Löhrmann möchte es gerne in der Schule haben und andere möchten es gerne im Sozialbereich haben. Und das sind sehr verschiedene Arten von Schulsozialarbeit, die da passieren, ob das in der Schule ist oder ob das bei freien Trägern gegebenenfalls ist. Insofern ist diese Frage nicht uninteressant. Das Wuppertaler Aktionsbündnis zum Erhalt hat sich die Woche direkt wieder aufgestellt, nachdem wir klar hatten, es geht drei Monate weiter. Um das zu sagen, es muss gerade an dieser Stelle der Schulsozialarbeit nach Wutt war sehr erfolgreich, dass Jugendhilfe und Schule zusammenarbeiten und den Eltern gegenüber nicht immer nur die Schule auftritt, mal in Form von Lehrern, mal in Form von Schulsozialarbeitern, sondern dass da eine andere Instanz auftritt, die nicht unmittelbar Schule ist und vertreten sehr stark und sind auch schon wieder aktiv, wahrscheinlich kriegen sie im nächsten Tag wieder Post der Wegner, dass man doch dieses bei den freien Trägern für Lösungen sorgen möge, die das bei den freien Trägern ansiedelt. Vielleicht dazu, also ich habe die Frau Löhrmann getroffen bei der LHG-Gründungsveranstaltung Schulsozialarbeit. Die möchte nicht die Leute von Wutt finanzieren, die möchte gerne ihre Landesbediensteten behalten, aber sie wird nichts darüber hinaus tun. Sie wird auch kein Geld, obwohl sie immer wieder betont hat, sie hat den größten Topf im Ministerium, den hat sie, möchte sie nicht. Sie hat mich auch noch nicht angerufen, obwohl ich sie darum gebeten habe. Aber es ist so, dass im Rahmen von dieser Vorfeldsteuerung, dass diese Ansiedlung der Schulsozialarbeit im Bereich der Jugend und Familie gesehen wird. Ich weiß, dass es auch Thema sein sollte für die Frau Schwesig in den Koalitionsverhandlungen. Man hatte ihr das nämlich auch mitgegeben. Also die Richtung im Land geht eher in Richtung Jugend und Familie, einfach auch, weil die Idee dahinter ist, nicht wieder einen Schritt zurück zu machen. Wir arbeiten ganz anders. Als die Leute, die übers Land in Schule gekommen sind und in dieses System Schule eigentlich damals verschluckt wurden, sich jetzt wieder freischwimmen, dadurch, dass sie andere Kollegen bekommen haben, das muss man wirklich deutlich so sagen. Und das wurde sehr positiv aufgenommen von den Kollegen und auch eben nach außen. Und ich weiß, dass da kein Rückschritt gemacht werden möchte. Und ich habe gehört, dass deshalb das Bestreb nicht so sehr dahin geht, dass das Bildungsministerium uns bekommen soll, sage ich mal. Ja, hätte ich gerne noch mal erläutert. Also ich kenne sowohl beides, also ein Schulsozialarbeiter halt aus dem vom Ministerium, also aus dem Landeshaushalt, alter auch über Bund. Die Entwicklung, dass es dadurch besser geworden ist bei der gesamten Schulsozialarbeit, das hätte ich gerne noch mal näher erläutert. Also habe ich jetzt bei uns so nicht feststellen können an der Schule, aber interessiert mich. Also es hieß ja immer, Bund ist erstmal der Türöffner. Und es ist so, dass wir haben in Dortmund, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ein Konzept, Schulsozialarbeit entworfen, das ist überarbeitet worden. Und da hat die Schulsozialarbeit eine ganz andere Rolle. Wir sind Koordinatoren an Schule. In der Vergangenheit war es häufig so, dass Unterricht übernommen wurde, also dass die Schulsozialarbeiter schon gerne Lückenfüller waren und Aufgaben übernommen haben, die eigentlich keine Schulsozialarbeitsaufgabe ist. Und die sind so ein bisschen auch verschwunden so in ihren Schulen, dadurch, dass sie so relativ alleine waren. Aber durch die Masse, die wir so mit reingebracht haben und andere Arbeitsweisen, weil wir eben von außen in Schule gekommen sind und nicht vom System absorbiert wurden. Also die Schule hat zwar Hausrecht, aber das heißt natürlich dadurch auch einen Einfluss. Aber letztendlich arbeiten wir eigenständig an der Schule. Das ist eine andere Voraussetzung. Das ist eine andere Voraussetzung für die Schule. Aus Elternsicht ist es so, dass wir, bevor die Schulsozialarbeit mit BUD kam, diese Vertrauensbasis zu den Lehrern, die war zwar da, aber man hat immer gedacht, ach ja, Eltern, Lehrer, Direktoren, die halten zusammen, egal wie mein Kind mir die Sachlage richtig schildert, wenn ein Vorfall war, man hat sich nicht getraut, zur Schule zu gehen. Jetzt ist es aber so, durch die Schulsozialarbeit, durch BUD, dass die Eltern den Mut haben, ich spreche jetzt in meinem Namen und von den Leuten mit Migrantenhintergrund. Die haben mehr Mut, da hinzugehen, weil die dann diese Hemmschwelle, die Angst ist weg, dass das eventuell auf das Kind übertragen werden könnte, also negativ übertragen werden könnte, von den Lehrern und von der Direktorin her. Und das ist bei den BUD Sozialarbeitern nicht der Fall. Also in Bielefeld war auch lange die Diskussion, wird die BUD-Schulsozialarbeit im Amt für Schule angesiedelt oder im Jugendamt? Und dahinter stand die Frage, oder stand der Sachverhalt, Schule ist heute viel mehr als eine Bildungseinrichtung, es ist auch zunehmend eine Erziehungseinrichtung und die BUD-Schulsozialarbeiter sollten in Bielefeld halt quasi diese Klammer herstellen, indem diese Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe auch stattfindet. Und ich war ja auch bei dieser Gründungsveranstaltung der LAG und da fand ich es sehr schön, da hat Frau Lörmann gesagt, an Schule müssen oder arbeiten und müssen auch vielmehr verschiedene Professionen arbeiten und Schulsozialarbeit ist eine zusätzliche Profession an der Schule, die einfach notwendig ist heutzutage, vor allen Dingen im Hinblick auf Inklusion. Ja, also finde ich total interessant, unter dem Aspekt habe ich das auch noch nie betrachtet. Ich fand es eigentlich bisher immer eigentlich ganz charmant, das in diesem Bildungshaushalt anzusiedeln, weil das eine feste Größe ist, wo man sich ja davon ausgehen kann, wenn es einmal drin ist, kriegt man es über die nächsten Jahre einfach nicht wieder raus, wenn es da einen Posten, einen Titel im Haushalt gibt. Wenn es einmal drin ist, wie gesagt, ist es ganz schwierig, dann zu sagen, das streichen wir alles wieder. Aber die Argumentation finde ich total gut, zu sagen, da ist jemand, der hat eigentlich mit der Schule selber nichts zu tun und letztendlich ist dann ja der Schulleiter auch nicht der Dienstherr, sondern wie auch immer, das finde ich ein ganz gewichtiges Argument in dem Zusammenhang. Aber darf ich jetzt noch, weil das jetzt widerspricht, weil ich würde es jetzt gerne nochmal einmal ganz klar, und Sie sind aber der Meinung, dass es wirklich, also Ihr Eindruck ist derzeit, dass die Diskussion auf Landesebene in die Richtung geht, dass er in den Sozialetat einzubinden anstatt in den Schuletat einzubinden. Also die Diskussion ging ja immer noch darum, dass der Herr Schneider ein bisschen Geld übrig hat. Wir haben ja bei der letzten Postkartenübergabe, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir haben ja Restpostkarten übergeben in Dortmund vor drei Wochen und bei der Herr Schneider, er sagt ja, er kann aber nur was abgeben, wenn Boot verlängert wird. Aber Frau Löhmer möchte auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen Reden um den heißen Brei. Ich kann gut mit dem Dr. Stolz, der das auch vertritt, gehen, wenn er sagt, ja, er fände das eigentlich gut, dann Jugendfamilie, das wäre schon das Richtige, weil es einfach ganz viele Bereiche betrifft. Was wir natürlich nicht möchten, das möchte ich auch nochmal deutlich betonen, wir möchten nicht, dass im Jugendhilfe-Bereich dadurch Mittel abgeknapst werden. Das war immer unser Bestrieben, dass wir nicht gegeneinander arbeiten oder als Konkurrenz, weil da gibt es Personalnot auch genug. Also das ist nochmal ganz wichtig, das darf nicht passieren. Aber über ein Jugendhilfegesetz gäbe es natürlich Möglichkeiten, nochmal Schule in, es steht ja, Jugendarbeit in Schule steht ja sowieso und darüber wäre natürlich auch möglich, aus verschuldeten Quellen Mittel abzurufen oder hinzuzugeben. Wenn man sagt, wir stellen einen bestimmten gewissen Etat an Mitteln für Schulsozialarbeit in Schule zur Verfügung, wäre das eine ganz andere Wirkung. Dann gäbe es eben den einen und den anderen Bereich. Beispielsweise, oder es gibt da einen Inklusionstopf, da habe ich ja auch schon den Herrn Schneider drauf angesprochen, der sagte, ja, ja, er sagte auch, ja, natürlich, aber, ja, das ist ja auch, aber jetzt wollen auch wieder alle daraus Geld. Ich sage, ja, alles ein bisschen verquer, weil wir arbeiten in der Inklusion. Also, es wird natürlich nicht so gerne laut gesagt. Dann muss man es bezahlen. Also, die Ansiedlung der Schulsozialarbeit an das eine oder andere Ressort ist sicherlich eine wichtige Frage, auch für die Finanzierung. Allerdings, es gibt keinen allgemeinen Topf in den Ministerien, in den jeweiligen Etats, die es ermöglichen, auf die Kommunen insgesamt Beträge von, ich sage jetzt mal, zwischen 80 und 100 Millionen in einem Jahr mal ebenso zu verteilen. Wir haben zwar die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen, dass gespart werden soll, wie überall, und über 800 Millionen gespart werden müssen und auch sollen und diese Zahl einfach so in dem Raum steht und es soll dann in allen Ressorts, in allen Ministerien tatsächlich eine Ersparnis erwirtschaftet werden, was ja nichts anderes heißt, als das negativ betrachtet, Geld nicht ausgegeben wird, wo es vielleicht sogar notwendig wäre, es auszugeben. Und das Problem ist, das Geld ist gar nicht vorhanden, das heißt, es ist nicht etatisiert, wie man da im Haushaltsrecht von spricht. Diese 100 Millionen müssten überhaupt erst mal in einen Haushalt eingestellt sein, um überhaupt verteilt werden zu können. Solange das nicht ist, ist auch nichts da, was verteilt werden kann. Das war nämlich genau der Grund, warum man auch im Vorfeld des GroKo-Vertrages, ich habe heute gehört, GroKo ist das Wort des Jahres im Übrigen, also können wir das locker eben auch so benutzen, mehr oder weniger auch von der Landesregierung gemauert wurde. In den Beratungen zum Haushalt 2014, um den geht es ja, wurde das eigentlich unter den Tisch gekehrt. Und zwar mit Blick darauf, dass man gesagt hat, ja, wir versuchen das ja im Bund zu akquirieren, das Geld. So, nun wissen wir, da ist nichts. Was aber vom Bund nicht zur Verfügung gestellt wird, ist zunächst auch mal im Land nicht da, sodass für das Jahr 2014 ein Vakuum entsteht. Ein Vakuum, welches aus den noch vorhandenen Mitteln, das sind circa, nach Tabellen, ich weiß nicht, 114 Millionen sind es. Die ist eine Milchmädchenrechnung, aber es sind 114 Millionen unterm Strich. Ja. Die haben Sie jetzt noch für nächstes Jahr. Genau, genau. Das wäre also noch zu verteilen, aber es gibt gar keinen Titel dafür. Und wo es keinen Titel gibt, gibt es auch keine Ausgabe. Das ist das Problem. Und dieser Haushalt wird nächste Woche verabschiedet. Und zwar so, wie er jetzt in den Beratungen steht, ohne Schulsozialarbeit. Das heißt, die Lasten werden bei den Kommunen liegen. Es liegt, ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Angelegenheit, von Seiten des Landesgesetzgebers zu sagen, dann macht das mal. Die Kommunen sollen mal machen. Und da beginnt das Problem. Da werden auch Gemeinden, Kommunen, werden gegeneinander ausgespielt irgendwo. Zumal jeder kleinteilig vorgehen muss. Es gibt also keine konzeptionelle Lösung. Ob das nun ein Bund ist oder wo auch immer her es kommen mag, ist gar nicht machbar. Letztendlich wird es darauf hinauslaufen müssen, dass die Kommunen als quasi Solidargemeinschaft in Bezug auf die Schulsozialarbeit eigentlich jeder Kämmerer oder jeder Schuldezernent müsste sich miteinander verabreden und hier mal einen Riesenauflauf machen. Darauf wird es ja hinauslaufen. Anders, da muss man einfach auch sagen, wir können lange darüber diskutieren, wo das wie angesiedelt wird. Was nicht da ist, nicht da. Da brauchen wir uns auch nicht Gedanken darüber zu machen, aus welchem Topf das zu kommen hätte und wo es schöner und netter wäre. Fakt ist, das Geld ist nicht zur Verfügung gestellt und es muss geguckt werden, wo dann wieder, ich sag das mal so ketzerisch, wo wieder ein Schwimmbad geschlossen werden muss oder wo möglicherweise aus Schulen, Schulgebäuden wieder irgendwelche weiß ich nicht, abenteuerlichen Geschichten zu hören sind, welche hygienischen Zustände herrschen oder was passiert und also es muss natürlich irgendwo zusammengestrichen werden in den Gemeinden, die ja überwiegend alle mit prekären Haushalten zu tun haben. Die können ja auch nicht alle aus dem Vollen schöpfen, die müssen ja auch wieder rumgucken, wie machen wir es. Also das ist ein Teufelskreis und diesen zu durchbrechen, den gelingt es natürlich so lange nicht, wie nicht auch eine Öffentlichkeit dafür geschaffen wird und auf die Notwendigkeit, die hier schon angesprochen wird und das glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig eben diese Schulsozialarbeit im Gesamtkontext ist, nicht alleine im Bereich der Bildung, sondern auch im Bereich der Aufgabenerfüllung, der sozialen und sonstigen Daseinsvorsorge, auch mit Blick auf die Zukunft der Gesellschaft, unserer Gesellschaft und diese, ich bin fest davon überzeugt, dass alle, die auch am Etat mitstricken und gucken mit den Geldern, dass die alle gleich denken. Keiner wird sagen, das brauchen wir nicht. Alle sagen, wir brauchen es, aber keiner sagt, wie es finanziert wird und das ist genau das Problem. Ich habe sofort eine Nachfrage. Ist es haushalterisch, wie du so schön immer sagst, überhaupt möglich, dass im Januar noch neu Geld in diesen Haushalt eingestellt wird? Also ist das rein technisch machbar oder heißt das dann, wenn die sich jetzt oder bis Ende Februar ist ja gerade gesagt worden, heißt das dann ganz konkret, dass Sie dann auch sagen müssen, wo Sie das Geld stattdessen wegnehmen? Oder können Sie einfach sagen, hey, wir haben uns überlegt, ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Nachtragshaushalt. Ja, das geht wenn überhaupt nur über einen Nachtragshaushalt, in den Dimensionen muss man sagen. Jedes Ministerium hat natürlich Mittel, das sind allgemeine Töpfe. Ich nenne das mal so, die heißen auch teilweise so, allgemeine Mittel. Die können auch umgeschichtet werden, aber diese allgemeinen Mittel, die solche Ministerien haben, werden oftmals aber auch eben deshalb nicht ausgegeben, weil ja dieses Diktat der globalen Minderausgabe über allen Ministerien besteht, wo die sagen, ihr müsst einsparen, ich sag mal, zehn Prozent von eurem Gesamthaushalt. Das heißt, ein Schulministerium hat, was weiß ich, 300, 400 Millionen oder 500 Millionen und zehn Prozent oder fünf Prozent müsst ihr einsparen. Wie ihr das macht, ist uns egal, am Jahresende müssen aber fünf Prozent runterkommen, damit wir diese, ich sag mal, diese Luftbuchung, diese globale Minderausgabe erwirtschaftet wird. Das ist eigentlich paradox. Es wird einfach ein Minusbetrag hingestellt, das heißt, minus 800 Millionen oder minus 500 Millionen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da auf Null kommen. Diese Nullsumme, die kann ich aber nur erreichen, wenn ich überall Mittel streiche. Die kann ich nicht erreichen, indem ich Geld ausgebe. Das geht natürlich nicht. Das, was im Plus, im Etat, also im Budget eines jeweiligen Ministeriums drinsteht, das ist ja ohnehin verplant. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt, wenn man so will, Sie kennen das ja auch alle, Planstellen, es gibt die Planstelle Schulsozialarbeit nicht. Beim Landes. Haushaltsgesetzgeber. Und das ist ja die Krux. Das haben wir versucht, in den Haushaltsberatungen anzubringen, durch einen entsprechenden Haushaltsänderungsantrag, in dem ein neuer Titel, Haushaltstitel geschaffen wird, in dem drinsteht, hier 102 Millionen werden eingestellt für, der Titel heißt dann Schulsozialarbeit. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es das Geld nicht. Weil, das wiederum ist auch eine haushaltsrechtliche Besonderheit. Ich kann eben, oder das ist ja fast wie bei jedem Haushalt, Geld, was nicht da ist, kann ich nicht ausgeben. Und wenn ich nicht da hinschreibe, in diesem Monat gibt es ein Geld für ein Kasten Bier, fünf Kasten Wasser und drei Kasten Limo, ja, dafür wird ein Tütchen gemacht und dann ist das Geld dafür da und wenn es gebraucht wird, gehe ich an das Tütchen, hole es raus. Genauso muss man sich das im Prinzip auch bei dem großen Landeshaushalt vorstellen. Da ist aber kein Tütchen, wo drauf steht Schulsozialarbeit. Also ist auch in dem Tütchen nichts drin, was nicht vorhanden ist. Und das, um das plastisch, einfach mal nur plastisch vor Augen zu führen, so sieht es tatsächlich aus. Landeshaushalt klingt erstmal unheimlich kompliziert, ist es aber gar nicht. Geld ist einfach nicht da. Das muss man sagen. Und um das nochmal zu sagen, Entschuldigung, man könnte natürlich einen Nachtragshaushalt schaffen, dieser müsste natürlich auch wieder befüllt worden sein oder befüllt werden, entweder aus Sparanstrengungen, die wiederum in anderen Ministerien gemacht werden, oder eben durch eine zusätzliche Kreditaufnahme. Das will das Land aber gar nicht, nicht, weil der Landesgesetzgeber verpflichtet ist, auf dem Konsolidierungspfad über ausgeglichene Haushalte und dem Diktat der sogenannten Schuldenbremse, die 2020 greift für die Länder, die netto Neuverschuldung runterfahren muss. Nach Möglichkeit eben keine Schulden mehr gemacht werden sollen. Und solange das so ist, wird überall auf die Bremse gedrückt. Das muss man nicht gut finden, das finden wir auch nicht gut, aber es ist leider so. So muss man sagen. Und dieser Nachtragshaushalt hat ja auch noch die Besonderheit, naja, so sagte ich ja schon, es muss eben dann eben ein neuer Kredit quasi aufgenommen werden und das wird den Kommunen wiederum angelastet. Das ist immer ein ständiges Spiel zwischen den Kommunen und dem Land, denn die Kommunen kriegen das Geld ja nun auch überwiegend vom Land, die Zuweisungen. Die werden dann in die Pflicht genommen und müssen zu einer Bank gehen, zur Sparkasse in der Regel und müssen dort Kassenkredite aufnehmen, um bestimmte Verpflichtungen oder bestimmte Dinge zu erfüllen, die sie im Rahmen ihrer bürgerschaftlichen Nähe und da hängt es natürlich immer davon ab, wie engagiert Organisationen, die Menschen in den jeweiligen Gemeinden sind, dass sie ihre Kämmerer, ihre Bürgermeister dazu anhalten, zu sagen, hey, das muss sein und jetzt guckt doch mal und wir sind ja auch bereit, vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen weniger schönen Stadtpark zu haben oder das eine oder andere weniger schöne Pilotprojekt, wie zum Beispiel in, wo war das in Bochum? Musik, wie heißt das? Musikzentrum. Musikzentrum, wozu brauchen wir ein Musikzentrum, wenn unsere Kinder eben nicht ordentlich ausgebildet werden können und die sozialen Umstände einfach so negativ sind, dass ohne Schulsozialarbeit es noch schlechter würde. So und das ist eben so ein Individualengagement, welches entfaltet werden muss, das ist ein Problem und da werden eben manche Gemeinden abgehängt und das, weil eben kein Gesamtkonzept da ist oder es ist zwar da, aber es wird nicht entsprechend mit, ja, ich sag mal, mit Musik bespielt, sprich mit Geld bestückt. Am Geld hängt es. Das ist der Punkt. Wie gesagt, es ist kein Geld, das Geld ist nicht da, es ist nicht etatisiert, natürlich ist es irgendwo da, aber es ist nicht zugewiesen und das ist das Problem. Und da haben wir leider Gottes, muss man sagen, nicht die Kraft bei uns im Boot sitzen, sondern die sitzt eben woanders, die sagt auch, kein Kind zurücklassen, alles schön, auch Frau Lörmann sagt das, alle sagen das, will ja auch kein Mensch und dennoch ist der politische Wille offenbar nicht so stark, das ist meine persönliche Meinung, ist der politische Wille offensichtlich nicht so stark, diese Worthülsen auch mit Leben zu füllen und ganz klar zu sagen und das ist sicherlich, das sind ja viele Kritikpunkte, das ist ja nicht der einzige, den wir als Piraten hier im Landtag auch immer wieder anbringen, es gibt viele Lippenbekenntnisse und da nützt es also herzlich wenig, durch die Lande zu ziehen und tolle Botschaften zu verkünden, wenn am Ende das Geld dafür nicht zur Verfügung gestellt wird. Das ist leider eine Botschaft, die wir auch hier jetzt einfach mal rüberbringen müssen, bevor wir durchaus weiter dann über die wichtigen Aspekte der Schulsozialarbeit, wird ja auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, reden, um vielleicht doch noch einen Wandel in der Auffassung der Landesregierung und der die Regierung tragenden Fraktionen herzustellen. Schauen wir mal. Also ich habe es jetzt so verstanden, das Geld ist da, aber die Tüte ist nicht da. Dann wäre doch jetzt die Frage, welche Möglichkeiten hat man, um diese Etatisierung des noch vorhandenen Geldes für Schulsozialarbeit hinzukriegen? Also welche Verbündeten braucht man? Welche Kräfte braucht man? Wann ist es möglich? Wie sind da die Zeiträume? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Tüte bis Februar 2014 gefunden ist, aber wie geht man weiter vor? Die Frage mit dem, es ist unter Umständen gar nicht nötig, es ist schwierig. Es ist richtig, wenn ich mir das über das ganze Land angucke, ist in den letzten drei Jahren 100, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, sind nicht 114, 121 Millionen zu wenig ausgegeben worden für die Schulsozialarbeit. Manche Kommunen, eine Kommune ist sogar dabei, die hat bis jetzt noch keinen Cent ausgegeben für Schulsozialarbeit. Andere Kommunen haben überbezahlt, das sind aber wenige. Das heißt, man wird es jetzt in den einzelnen Kommunen und das ist auch mein Gefühl, dass sie das jetzt versuchen, mit den restlichen Beträgen versuchen, noch über ein Jahr zu strecken, um dann im nächsten Jahr, wenn sie sich wirklich eine Lösung anstreben, dann im nächsten Jahr, also sprich für den Haushalt 2015, da wirklich reell was ändern wollen. Wobei ich mir jetzt zur Zeit nicht vorstellen kann, wie die das regeln wollen, unter den Kommunen, dass das Geld von der einen Kommune in die andere Kommune fließt. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Das nächste Problem ist, und das haben sie jetzt schon geschafft, einige Kommunen haben das Geld einfach für sich als nicht negativ, also als ein Plus verbucht. Das größte Batzen ist im Jahr 2011 liegen geblieben. Und zwar haben die Schulen ja meistens erst im August mit angefangen. Das Gesetz ist ja gar nicht zum 1.1. in Kraft getreten, sondern ist später in Kraft getreten und vielmehr beschlossen worden und ist rückwirkend in Kraft getreten worden zum 1.1. Das heißt, das Geld war schon da und ist im ersten Jahr nicht ausgegeben worden. Da sind 80 Millionen nicht ausgegeben worden. Das ist ein riesiger Batzen, also viele Städte haben noch gar nicht damit angefangen. Die Städte haben das Geld allerdings eingesteckt und der Kämmerer hat es für sich als, ja, wir haben ja nicht so eine große Minusausgabe. Das ist den Kämmerern jetzt mehr oder weniger schon benommen worden. Denen ist klar gemacht worden, das Geld ist zweckgebunden. Die können es nicht für was anderes ausgeben. Die können es nicht, das heißt, dort wo jetzt noch Geld übrig ist, wie es zum Beispiel in Dortmund der Fall ist, da ist auch noch relativ viel Geld übrig, weil die, so wie ich das gerade hier mitbekommen habe, im ersten Jahr sehr wahrscheinlich sehr, sehr wenig Geld ausgegeben haben, können die das in Dortmund wunderbar strecken. In Wuppertal, so wie die Zahlen kommen, drei Monate kann ganz gut hin. Also danach dürfte das Geld dann auch weg sein. Deswegen kann er es auch ganz gut strecken und wahrscheinlich wird er auch dieses, ja, ich sage jetzt mal immer noch Gerücht gehört haben, dass man sich bis Ende Februar einigen will. Also kann er es ja machen. Nur ist die Frage, wie will man jetzt in einer Stadt wie Wuppertal, die jetzt wirklich dann das Geld aufgebraucht hat oder in einer Stadt wie Solingen, die jetzt schon 200.000, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber die jetzt schon 200.000 mehr ausgegeben hat, als er eigentlich hätte, also als dieser Etat zur Verfügung stellte, also aus eigenen Kassenmitteln oder aus eigenen Mitteln da drauf gelegt hat, wie will man da jetzt einen Ausgleich schaffen. Ganz gesehen fürs Land stimmt das, aber jetzt müsste man mit jeder Kommune, keine Ahnung, inwieweit da der Verhandlungsgeschick der derzeitigen tragenden Fraktionen ist, dass die in ihren Kommunen klar machen, dass das Geld zum Teil, also im Prinzip müsste Dortmund, weil da ist jetzt der größte Batzen, müsste zum Teil noch in andere Kommunen wieder abgeben, damit das ausgeglichen aufs ganze Land bestehen kann. Ich sehe da eigentlich keine Möglichkeit, wobei das die einzigste Möglichkeit ist, die ich sehe, dass man derzeit überhaupt an das Geld kommt, weil, wie Herr Schulz ja schon erklärt hat, es ist zurzeit nicht im Etat vorgesehen. Das heißt, es darf auch nicht ausgegeben werden. Ich kann ja nicht als Ministerium einfach irgendwo das Geld ausgeben. Dafür wird ja der Haushalt vorher gemacht und vom Parlament verabschiedet, damit das dem Ministerium eben nicht nach Gutdünken handeln kann. Das heißt, es kann die jetzt auch nicht einfach mal akquirieren. Von daher ist meine ganz starke Annahme, dass das eben über diesen Weg gegangen wird, irgendwie zu gucken, dass man diese 121 Millionen versucht, wohlwollend mit Zusammenarbeit der Kommunen untereinander aufzuteilen und die damit noch ein Jahr lang am Laufen zu halten, weil das Geld ist so jetzt erstmal nicht da. Das stimmt. Das würde ja zum Beispiel bedeuten, also Sie haben jetzt gerade gesagt, in Dortmund gäbe es noch so viel, aber in Bielefeld ist es so, dass wir neue Verträge kriegen bis Juli 2015. Das heißt, Bielefeld hat noch 2,9 Millionen und gibt uns jetzt Arbeitsverträge für anderthalb Jahre. Das heißt, das ist doch jetzt Geld von diesen, so, wenn man jetzt da hergehen würde und sagen würde, ja Bielefeld, du hast ja jetzt noch so viel, mal Wuppertal was ab, damit die auch noch über die Runden kommen bis 2015, bis es diese Tüte gibt. Das würde ja bedeuten, dass wir dann unsere Verträge, die wir gerade abgeschlossen haben, das geht irgendwie nicht. Das stimmt nicht. Das muss Bielefeld aus eigener Tasche zur Zeit zahlen, weil Bielefeld hat nur eine halbe Million übrig. Ich sehe es gerade, Bielefeld hat 465.000 übrig. Das heißt, damit sind nicht, die sind ihre Verträge nicht komplett gedeckt. Das heißt, da wird noch aus einer anderen Stelle, entweder zahlt Bielefeld selber, also es ist, also nach den Zahlen, die die Bielefeld dem Ministerium genannt hat, die Zahlen habe ich jetzt hier, ja, Zahlen vom Ministerium und die sind von Bielefeld genannt worden. Das ist mal so ein bisschen eine Frage, da hat sich schon öfters herausgestellt, dass Kommunen auch falsche Zahlen angegeben haben. In dem Fall sagen, weil Bielefeld hat erst 2012 mit Schulsozialarbeit angefangen. Die haben ein Jahr eingespart. Wir haben erst im Januar 2012 angefangen und deswegen, dann haben die die falschen Zahlen genannt. Sonst werde ich hier gleich... Ich kann es sagen, Herr Wegener, es gibt ja Schulen, also Länder wo oder beziehungsweise Kommunen wo... Es gibt ja Kommunen, wo die Schulsozialarbeiter eben erst in 2015 gehen müssen. Ich glaube sogar, welche Anfang 2016, weil die einfach erst später eingestiegen sind. Wir waren in Dortmund so früh dran, relativ früh und deshalb war bei uns das Thema so schnell und so früh da, weil das bei uns schon viel früher klar war. Und die Restmittel, die verausgabt werden jetzt für die Stellen, sind ja letztendlich BUD-Mittel, die eigentlich nicht für Personalstellen sind. Das wissen Sie, ne? Das sind ja die Restmittel für den BUD der Leistung, weil für die Personalstellen gab es gesonderte Gelder, die ja verausgabt sind und das sind jetzt die Restgelder aus BUD, die für Leistung da waren, die nicht abgerufen wurden. Und die sind ja mit Herrn Schneider, wir hatten damals mit ihm gesprochen in Dortmund und haben gesagt, wie sieht das aus, wie würde das unterstützen, wenn der Bund sagt, Frau von der Leyen, wir wollen das zurück. Und er hat gesagt, was ausgegeben ist, was nicht da ist, ist nicht das. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht im Internet. Was nicht da ist, ist nicht mehr da. Also das waren jetzt eigentlich keine Gelder, die für Personalausgaben veranschlagt waren. Das waren Gelder, die für die Kinder und Jugendlichen, für die Familien veranschlagt waren, um die einzusetzen für die Leistung. Und die sind nicht abgerufen worden. Es war einfach noch so viel übrig, weil es gar nicht in die Familien kam. Das war das Problem. Weil die Familien auch nicht Bescheid wussten. Deshalb sind ja die Schulsozialarbeiter also nachgesteuert worden. Das war ja der Grund. Und das sind eben eigentlich keine Personalgelder. Deshalb muss man das trennen. Ja gut, das ist nochmal was um drauf drauf. Genau, deshalb dürfen wir unser Tütchen von was anderes ausgeben. Ist ja Butch, steht ja auch drauf. Am Tage nachdem die Schulsozialarbeit aus dem Koalitionsvertrag geflogen war, kamen diverse Meldungen, die ich auch selber gar nicht einschätzen kann, wo ich vielleicht etwas Erhellung hier erhoffe. Es ist ja in der Großen Koalition das Teilhabegesetz geplant mit Ausstattung von 5 Milliarden im Jahr. Und es ist avisiert, dass die Kommunen im Vorgriff pro Jahr eine Milliarde erhalten. Und es war dann in der Diskussion, dass man daraus ja eine Weiterführung der Schulsozialarbeit finanzieren könne. Das tauchte mal kurz auf und tauchte dann auch bald wieder ab, das Thema. Können Sie dazu irgendwas sagen? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, diese Hinweise, die da aufgetaucht sind. Ob darüber eine Finanzierung möglich wäre? Vielen Dank. Ja, also konkret wissen tue ich jetzt dazu auch nichts. Was Sie mir jetzt gerade sagen, hört sich so ein bisschen in die Richtung gehend an, dass sich schon der Bund, oder anders ausgedrückt, es ist klar, dass der Bund jetzt aufgrund des Koalitionsvertrags viele Leistungen der Kommunen übernehmen will oder zum Teil übernehmen will. Wie das jetzt im Einzelnen gestrickt wird und was die Kommunen dann mit dem Geld machen, das bleibt im Prinzip wieder den Kommunen selbst überlassen. Man kann jetzt zwar, der Bund kann sich jetzt zwar überlegen, naja, die Kommunen sollen noch mal was für Arbeitslose tun. Also geben wir den Kommunen nach ihrem Arbeitslosen Schlüssel Geld. Ob die das Geld wirklich dafür ausgehen, ist meistens Sache der Kommunen. Und wenn man das Geld an nichts bindet, dann kann man natürlich auch die Schulsozialarbeit mit allgemeinen Geldern, aber das sind dann Sachen, die sich jetzt dann in den nächsten Monaten oder in dem nächsten Jahr zeigen würden, wie die Gesetze geändert werden, welches Geld für die Kommunen vom Bund übernommen wird, genau. Also ich habe den Koalitionsvertrag, diesen Vorschlag auch an einigen Stellen überlesen, wo ich hätte sagen, wo man sagen kann, da könnte Schulsozialarbeit vorkommen. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, wie Schiwaschi, ne? Das ist genau so eine Stelle, wo man sagen könnte, ja Teilhabe, Inklusion weiterspielen, weil das Teilhabe heißt ja Teilhabe in Richtung Inklusion in der Regel für Behinderte. Das ist ja immer so, was mit Teilhabe verbunden wird im Moment. Klar, könnte man natürlich sagen, wir geben dann was ab an Schulsozialarbeiter, die im Inklusionsprozess in Schulen unterstützen. Ja, das wäre die Frage. Und das Gleiche ist ja auch im Jugendhilfebereich. Da gibt es ja auch ein paar Stellen, wo man sagen müsste, es gibt ja Hilfestellungen in Schule, die noch mal untersucht werden müssen und gucken und evaluiert, ob das denn alle was bringt. Da könnte man auch sagen, hm, meinen die damit die Schulsozialarbeit? Also ich sage das jetzt mal nicht so ausgedrückt, wie es da steht, aber es gibt Wischiwaschi-Stellen und so kann das Land natürlich immer noch sagen, ja, vielleicht kommt ja noch was vom Bund. Also das ist das, was ich als Schwierigkeit sehe. Schöner wäre gewesen, nein, keine Schulsozialarbeit, jetzt aufgrund von Ländersicht, zu sagen, so, jetzt seid ihr gefordert. So ist es immer noch so, ich sehe das genauso, dass es immer noch so Schlupflöcher gibt, wo man, wo das Land auch sagen kann, Herr Bund, da ist doch noch was, was wir auch für Schulsozialarbeit verwenden können. Genau. Ja, nach unserem kleinen Plan hier hätten Sie jetzt die Gelegenheit, liebe Frau de Santos, hier mal noch eine Viertelstunde was zu erzählen. Ich habe da schon so viel erzählt. Ja, ich habe ja meiner Darstellung so ein bisschen vorgegriffen. Also es geht halt in Richtung, es ist immer wieder Thema, kein Kind zurücklassen, da wird geguckt. Ich habe auch andere Rückmeldungen, wo gesagt wird, nein, SPD in Nordrhein-Westfalen unterstützt Schulsozialarbeit massiv, die wollen das unbedingt und überlegen im Hintergrund, wie sie es finanzieren können. Es gibt immer wieder so Stimmen und Gerüchte, sage ich mal. Ich habe auch direkte Rückmeldungen immer schon auch gehabt von vertrauten Personen aus der Richtung, die gesagt haben, die sind da dran und deshalb bin ich immer noch guter Dinge, dass es irgendwie funktionieren wird. Natürlich, klar, solange nichts ersichtlich ist oder solange es Interpretationsmöglichkeiten in Koalitionsverträgen gibt. Also im Moment ist die Ansage ja, sieh zu bis Ende 2014, Schuljahresende und danach haben wir was überlegt oder danach kommt was. Danach haben wir irgendwelche Mittel, die wir einsetzen können. Das ist ja das, was so rauszuhören ist, wobei Sie, Herr Schulz, Sie sind nicht Herr Schulz, das ist richtig, Dietmar. Also was Sie erzählt haben, muss ich bestätigen, Herr Schneider hat auch gesagt, ich habe so und so viel und da ist nichts abzugeben. Also genau das hat er im letzten Jahr vor der Bundesratsinitiative schon gesagt, da ist einfach nichts abzugeben, weil er da auch Zuweisungen hat. Er darf da auch gar nichts abgeben. Das war auch das, was er halt auch als problematisch sieht und wo er eben keine Handhabe hat. Ja, ja, natürlich, nee, natürlich, genau. Er hat dasselbe formuliert und deshalb hat er das auch immer in Richtung Bund geschoben und in der Hoffnung, es gibt ein bisschen mehr, damit es wieder was zu verteilen gibt. Er hat irgendwie, weiß ich nicht, 90 Millionen, Milliarden, was weiß ich, ich weiß es nicht genau, ich bin ja in Zahlen auch gar nicht, also die sowieso festgeschrieben sind und für den restlichen 10 Prozent oder was hat er vielleicht dann noch Spielraum, die er aber eigentlich auch gar nicht mehr ausgeben kann, weil die sind schon versprochen. Also kann das auch natürlich auch bestätigen. Aber man kann es ja verändern. Ja, ich hätte eine Nachfrage. Wie sieht denn die Situation im Moment vor Ort aus? Können Sie das sagen, inwieweit jetzt Leute ihren Job tatsächlich verloren haben oder was so eine Größenordnung ist, wie viele sich jetzt einen anderen Job gesucht haben? Also es werden ja jetzt wahrscheinlich schon irgendwelche Löcher da entstehen. Es ist ja nicht so, als sprechen wir über eine Situation, die irgendwann nächstes Jahr entsteht. Ich glaube, an vielen Schulen ist das ja jetzt schon ein aktuelles Problem. Also ich kann vielleicht für die Kollegen in Herne sprechen, die besonders tragisch einer Städte sind, die besonders tragisch dran sind, die sind in der Haushaltssicherung, die gehen gar nichts mehr und die Kollegen gehen zum 31.12. Es gab jetzt so eine Restmittelgeschichte, wo denen angeboten wurde, ein Teil und mit halben Verträgen oder noch weniger Stunden. Ja, also eine von unseren Koordinatoren im Aktionsbündnis, die sich da auch gemeldet hatte, wir sind fünf, die ist also, jetzt hat die Stelle jetzt gewechselt. Also die sind eigentlich auch zu mehrheitlich raus. In Bochum hat eine Lösung, eine andere Lösung sich einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob man die propagieren sollte. Ich bin eigentlich nicht für. Die haben einen Teil entlassen, weil denen ging es auch eh nicht und haben irgendwie 25 Stellen jetzt ans Jugendamt angesiedelt. Und zwar sind das die Stellen, wo 2016 Leute in Rente gehen. Also die sind theoretisch auf die Jugendamtsstellen gekommen, was wir natürlich als Nachbarstadt nicht gerne hören, weil das soll eben nicht das Ziel sein, dass die gebeutelten Jugendämter ja, dann auch noch in Zug sagen, man weiß nicht, bleiben die dann in Schule, gehen die dann ins Jugendamt oder was passiert dann mit denen? Keine Ahnung. Also das ist so eine Rückmeldung aus Bochum zum Beispiel. Und die fehlen uns natürlich dann auch im Land jetzt im Moment in der Aktion, wobei ich natürlich verstehen kann, wenn Kommunen sich Lösungen überlegen, dann sagen die Leute auch nicht, nee, nee, mache ich nicht. Also wenn ich so einen sicheren Arbeitsplatz darüber bekomme, würde ich es wahrscheinlich auch nicht in einen sagen. Ist natürlich für die, um eine Öffentlichkeit zu bekommen, immer schwierig, wenn jeder so für sich Lösungen findet und sucht. Damit, wir kriegen halt dann nicht die Masse, die wir eigentlich brauchen. Ja, und die einen brechen weg, die anderen haben noch anderthalb Jahre, für die ist das noch gar nicht so präsent, weil im sozialen Bereich leben wir ja auch mit Projektverträgen. Das ist ja auch nicht so, dass das erst seit gestern so ist. Und ja, das macht eine Schwierigkeit. Eine Frage war noch mehr oder weniger unbeantwortet, auch wenn die zu allgemeiner Erheiterung geführt hat. Das war, glaube ich, von Ihnen die Frage, wie man das eventuell dann von den anderen Kommunen, oder wer war es, irgendjemand fragte das, abziehen können. Es gibt so eine Situation in Nordrhein-Westfalen, dazu ist letztens auch ein Gesetz verabschiedet worden, ein Änderungsgesetz des Stärkungspaktes wo den sogenannten, nennen wir sie einfach jetzt mal so, besser gestellten Kommunen, also denen, die über höhere eigene Steuereinnahmen verfügen und besser gewirtschaftet haben, Geld weggenommen werden soll, um es dann ärmeren Kommunen, um es sozusagen zu geben. Da sollten also ursprünglich, da macht man einfach einen Topf auf und sagt, das müssen 180 Millionen sein und die Städte, die jetzt mehr Geld haben, das wird dann total verteilt, da muss dann, was weiß ich, Monheim, wie viel war es, glaube 46 Millionen zahlen, Düsseldorf muss, glaube 29 Millionen zahlen, alles in den Topf und das kriegen dann die armen Gemeinden. Das hat man dann ein bisschen, hat man dann halbiert, man hat gesagt, naja, also das ist vielleicht dann doch zu viel, halbieren wir den ganzen Käse, mal machen wir auf 180 Millionen, 90 Millionen, jetzt schluckt die Kröte und gut, es gibt ein Riesentheater, wird auch, das meinte ich auch eben, da werden die Gemeinden gegeneinander ausgespielt, es werden auch, ja, es wird einfach Unfrieden gestiftet, meines Erachtens dadurch, es gab ja auch Demonstrationen hier vom Landtag und deswegen wird es nicht funktionieren. Wie auch immer die Mittel zweckgebunden, ja, gezahlt worden sind an die einzelnen Gemeinden, für die Schulsozialarbeit, werden sie ja nicht zweckentfremdet, solange sie nicht ausgegeben werden. Sie werden ja dafür ausgegeben, aber eben nicht, eben konzeptionell, eben vielleicht eben nicht 2011, 2012, sondern dann 2013 angefangen, 2014, je nachdem, wie lange das Geld dann reicht, ob das jetzt, vielleicht war das ja eine weise Voraussicht der jeweiligen Kämmerer und Bürgermeister, Stadträte, zu sagen, naja, wenn der Bund dann diese Zusage macht, bis Ende 2013, danach wird nichts kommen. Und da müssen wir, gucken, wie wir damit klarkommen und dann versuchen wir das natürlich in der Tat zu verteilen auf andere Träger eventuell, vielleicht sogar schon vorgelagert zu verteilen, um also immer auch noch wieder ein bisschen Luft nach hinten zu haben. Also eine Verteilung innerhalb der Gemeinschaft, all derer, die das Geld bekommen haben, wird es nicht geben. Dafür müsste man auch wieder ein Gesetz schaffen und das wird es wahrscheinlich nicht geben in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber ich muss dir auch sagen, wenn ich jetzt so ein Kämmerer wäre und ich hätte das Geld, dann würde ich doch ganz fix die Verträge verlängern, damit sie mir das Geld nicht mehr wegnehmen können. Also wenn man nicht ganz dusselig ist, würde ich doch sagen, lass uns doch die schon mal zwei Jahre festlegen, dann kann nachher keiner kommen und sagen, ihr müsst das Geld verteilen. So schnell gibt es kein Gesetz. Ne, guck mal, habe ich aber jetzt, also ich glaube, das geht überhaupt nicht, dieses System zu sagen, wir nehmen das alles in einen Topf und gucken dann mal, wer das Geld braucht, weil die sind ja zumindest einige nicht auf den Kopf gefallen und werden sich da schon Möglichkeiten suchen, wie das Geld in der eigenen Kommune bleibt. Also insofern finde ich das als jetzt dargestellte Möglichkeit völlig unpraktikabel doch, oder? Ja, es wird es auch nicht geben. Es ist auch von der Gesetzgebungspraxis her eher ausgeschlossen, weil es gibt dann keine Rückwirkung dieser Gesetze und das, was Monika Pieper gerade sagte, naja, die Kämmerer werden dann schlau genug sein und dann werden ganz schnell Verträge in die Welt gesetzt oder Vorratsverträge, was auch immer und dann ist das Geld eben ausgegeben und da gibt es auch nichts mehr zu verteilen. Okay, was können wir machen? Also ich glaube, die Frage ist ja jetzt, vielleicht machen wir jetzt auch eine kleine Pause und dann, um zu überlegen, was für Chancen oder Möglichkeiten haben wir als Fraktion, welche Möglichkeiten gibt es von der Seite der Sozialarbeiter, wie kriegen wir vielleicht irgendeinen Plan hin, einen Aktionsplan hin, wo wir sagen, das geht dann Hand in Hand und wir können zumindest versuchen, noch was zu erreichen. Das wäre dann ja jetzt das Ziel. Ist das so Konsens einverstanden? Ganz sicher, auch ganz wichtig, Elternvertreter, Sie waren von der Gesamtschule Nordrhein-Westfalen, das ist ja, wie viele Schülerinnen und Schüler sind da betroffen? Ja, wir haben bei uns im Verband sind 140 Schulen. 140 Schulen, so, das ist ja nicht wenig. Das ist ja nicht ganz wenig. Ich meine, das geht letztendlich wahrscheinlich nur über die Mobilisierung auch der Eltern. Achso. Moment, Moment, Moment. Können Sie... Ja, kann ich machen. Roman Wagener ist mein Name, ich bin Schulreferent beim Städt- und Gemeindebund. Okay, wie lange machen wir Pause? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Bis viertel nach. Viertelstunde? Ja, oder so. Zwanzig nach? Zwanzig nach, ja. Brötchen essen, eine rauchen, Schakka. Ja, okay. Bleibt die Frage, was können wir tun? Vielleicht sammeln wir einfach mal Vorschläge und gucken, was davon realisierbar ist, auf welchen Ebenen wir irgendwie Leute mobilisieren können oder welche Wege wir beschreiten können. Ideen, Vorschläge? Ja, ich fange jetzt mal so ein bisschen unten an, weil wir ja nun mal auch an der Basis arbeiten. Wir hatten jetzt gerade in der Pause auch so ein bisschen diskutiert und sind auch mal darauf gekommen, dass auch noch gar nicht an alle Eltern oder es gar nicht so präsent ist, dass das ja wirklich zeitlich limitiert ist. An unserer Schule ist es beispielsweise so, dass wir uns von vornherein mit Plakaten vorgestellt hatten, wo ein Zeitraum draufstand, oft diese zwei Jahre begrenzt. Ich weiß, dass das aber auch nicht an allen Schulen so war und habe auch die Rückmeldung von Schulsozialarbeitern, die dann gesagt hatten, okay, du wirst jetzt schon angesprochen von Eltern, die sagen, es ist schade, wenn ihr geht, aber meine Eltern wissen auch noch gar nicht Bescheid. Also ich glaube, irgendwie wirklich so diese Informationen und vielleicht auch wirklich noch das, was hier ja auch gesagt hatte, jetzt diese Aufmerksamkeit, um auch politisch noch mal mehr Druck zu machen, muss irgendwie weiterhin geschaffen werden. Also da muss man wirklich noch mal schauen, wie man da eben auch an der Basis auch die Leute motivieren kann. Definitiv. Ja gut, dann versuche ich jetzt mal, das ist wohl ein bisschen schwierig jetzt, vielleicht ist danach ein bisschen mehr Brainstorming möglich, einfach mal auf die Sache hinzugehen. Also worauf es ankommt, ist, dass wirklich Gespräche geführt werden mit den Abgeordneten von der Fraktion der SPD. Das halte ich allgemein für relativ wichtig und da wäre es sehr wahrscheinlich sogar das Beste, wenn man sich den raussucht, der für die jeweilige Gemeinde zuständig ist. Es sind schließlich 99 Abgeordnete der SPD, die haben Direktmandate, sprich es gibt keinen Abgeordneten hier, der nicht direkt mit dem Wahlkreis verknüpft ist, wo er herkommt und er ja auch eigentlich die Aufgabe hat, sich für diese Interessen des im Wahlkreis einzusetzen. Das heißt, dort ist auch relativ, zumindest habe ich soweit mitgekriegt, kommt natürlich auch immer auf die einzelnen Personen an, das zumindest auf der Basis öfters mit denen und leichter ein Gespräch mit denen zu finden, zumal die auch gelegentlich vor Ort sind. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass da dieses Elternmobilisieren bei ist. Wobei, ich hatte das vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, den Leuten nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen, weil ich kenne das auch, irgendwann schaltet man auf Durchschalten, klickt die Mails nur noch weg und spätestens nach drei Wochen kommt man in die Trotzhaltung und sagt jetzt erst recht, weil ich lasse mich ja nicht durch die Masse erpressen. Das ist eine Gefühlslage, da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit aufgehen. Also da würde ich auf jeden Fall von abraten, irgendwelche Massenmails. Dann sollte man sich eher zu größeren Gruppen zusammenfinden und dann zwar vielleicht Einzelfälle beschreiben oder so, aber dann als Gruppe auftreten. Das ist eine ganze Sache effektiver, als wenn man da als viele Einzelpersonen schreibt. Weil wie gesagt, dieser Effekt, das habe ich ja alle schon hundertmal gelesen, ist einfach, der stellt sich zu schnell ein, wenn man immer wieder zum gleichen Thema E-Mails oder Anfragen oder sowas bekommt. Und mein Ratschlag jetzt an die Leute außen, also wir hatten ja hier den Haushaltsantrag gestellt, der ist jetzt im Ausschuss abgelehnt worden, der wird jetzt nochmal am Mittwoch, wird er nochmal abgestimmt im Plenum, wird aber natürlich aller Wahrscheinlichkeit auch nicht angenommen werden. Und da ist aber zumindest auch schon mal wieder eine Druckmöglichkeit, da zumindest mal nachzufragen, warum sich der einzelne Abgeordnete aus dem jeweiligen Wahlkreis nicht dafür entschieden hat und welche Lösungsmöglichkeiten er anbietet. Oder ob er überhaupt welche sieht oder ob sich darum gekümmert wird. Das ist immer wieder die Sache, ich habe zwar jetzt schon hier, das habe ich ja jetzt auch schon gehört und ich habe es auch direkt, also ich habe es jetzt hier aus dritter Hand erfahren und ich habe es ja auch schon selber mitbekommen, dass angeblich dort Gespräche stattfinden. Aber wie schnell solche Gespräche zum Ende geführt werden und wie zielstrebig dort nach wirklich einer Lösung gesucht wird, hängt wieder davon ab, wie viel Druck von außen gemacht wird. Und wenn wir den Druck machen, wird es natürlich immer als parlamentarisches Rumgemache abgetan. Der Druck muss von außen kommen. Da können wir gar nichts machen. Wir können da immer nur höchstens sagen, bei welchen Personen wir jetzt oder bei welchen Personengruppen wir jetzt am ehesten Möglichkeiten sehen, Druck auszuüben. Aber den ausüben selber können wir nicht. Wir können immer nur den Anstoß geben. Und wenn wir jetzt einen Antrag stellen, wir stellen ja auch noch einen politischen Antrag, dann könnte das unter Umständen auch noch mal in eine Anhörung münden. Das sind aber auch alles Sachen, da brauchen wir dann natürlich Leute, die als Sachverständige auftreten. Und da ist dann auch wieder über solch eine Veranstaltung, ist auch immer wieder Druck auszuüben. Es ist zumindest schon mal dorthin und wieder passiert, dass aufgrund solcher Anhörungen sich in den Regierungsfraktionen zumindest die Einstellung zu gewissen Sachen geändert hat. Dann wird zwar immer noch der Antrag von uns oder von der CDU oder von der FDP, das ist genau das Gleiche. Also das ist jetzt nicht so, weil wir die Piraten sind, sondern einfach, weil wir die Oppositionsparteien sind. Unsere Anträge werden da nicht angenommen. Und dann werden sie zwei Wochen später noch mal von der Regierung eingebracht und dann werden sie angenommen. Was ja jetzt der Sache Schulsozialarbeit nichts abtäte. Aber das sind eben auch die ganz normalen parlamentarischen Spielchen. So vielleicht jetzt mal ein bisschen, wie ich mir oder was ich mir vorstelle, was man da eventuell noch machen könnte. Ich habe dazu noch mal eine Frage. Welchen Kreisleute vertreten Sie denn und wie viele Leute sind da ansprechbar? Wenn ich das gerade mitbekommen habe, gibt es ja offensichtlich auch einen Unterschied zwischen den Sozialarbeitern aus dem Butch und denen, die von der Schule übers Land oder teilweise auch über die Kommunen oder auch über die Bezirksregierung gibt es ja auch die Stellen. Inwieweit lassen sich zum Beispiel die mobilisieren, weil es ja so ausschaut, als seien die von der Problematik erst mal gar nicht betroffen? Kann ich gerne was zu sagen, Frau Pieper. Also es ist so, dass die sich für sich natürlich entscheiden, ob sie sich mobilisieren lassen oder nicht. Es gibt Kollegen, die lassen sich mobilisieren und es gibt Kollegen, die lassen sich nicht mobilisieren. Was ich vielleicht noch mal dazu sagen kann, als Aktionsbindnis bei uns ist allen offen. Wir haben Landes- und ja, BUD-Leute da drin, weil eben auch Landesleute das als wichtige Aufgabe sehen. Man muss dazu sagen, wir hatten den Aktionskreis in Dortmund gegründet und sind einfach relativ schnell, schon im vorletzten Jahr, weil wir in Qualitätszirkel organisiert sind. Und da kommen sowieso alle zusammen. Da sind Bildungs- und Teilhäuser angestellt und auch die Landesschulsozialarbeiter. Und dass wir eigentlich relativ schnell einen Kreis bilden konnten, die sich dafür einsetzen und engagieren. Ich meine, letztendlich war es dann ein harter Kern. Zur Aktion konnten wir dann immer viele mitnehmen, sodass das eben in Dortmund geklappt hat mit der Verlängerung. Das kam auch ja nicht von alleine. Das war eigentlich ausschlaggebend. War dann eine Demo im März, die wir vom Rathaus gemacht haben, wo dann ja unsere Kommunalregierung nicht mehr da rauskam und dann eben diese Verlängerung entwickelt hat, diese Möglichkeit. Weil wir in Dortmund das gemacht haben, erstmal was wir konnten, haben wir von Dortmund aus eben dann das Aktionsbündnis Erhalt der Schulsozialarbeit NRW gegründet, weil das war jetzt der nächste Schritt. Und das ist halt so die Möglichkeit, Pool und Austausch zu schaffen. Wir haben auch festgestellt, im Aktionsbündnis, dass eben einige Städte noch nicht so weit sind. Und wir versuchen jetzt eigentlich immer in den Treffen, die wir da haben, Ideen und Vorschläge weiterzugeben, weil wir können natürlich nicht in jeder Stadt aktiv sein. Das heißt, die Städte müssen das natürlich aus sich heraus. Deshalb, wer da Interesse hat, kann sich natürlich auch immer noch da beteiligen. Da möchte ich auch immer noch mal wieder zu aufrufen. Wir haben einige Städte mit an Bord, aber es ist halt auch immer noch ein Kreis von 30, 40 und die natürlich auch mehrere aus gleichen Städten sind. Ich weiß, Wuppertal ist sowieso dabei, der Herr Gottsmann. Dann Solingen habe ich glaube ich noch keinen. Also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Bitte? Ich weiß nicht, ob jemand, war jemand auch bei der Gründungsanstellung in Dortmund? Also das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Also das ist einfach so, das einfach zu verbreiten, das sich zu beteiligen und die Ideen, die sich darüber entwickeln, weil wir haben das. Wir haben, Herr Schneider ist ja Wahlkreis bei uns im Wahlkreis. Also wir haben so das, was Sie auch beschrieben haben, haben wir so auf dem Weg, haben wir eigentlich auch gemacht. Und die Idee war vielleicht irgendwann auch eine Gesamtaktion zu machen. Das heißt eine Demo vom Landtag. Und das wäre natürlich schön, wenn sich viele Städte beteiligen. Also das ist schon auch noch so eine Geschichte, die da, ja, die noch im Raum steht. Wir wollten natürlich jetzt die Regierung, die Koalitionsverhandlungen abwarten, was entschieden wird. Also das habe ich jetzt auch so als Ziel vor Augen, so eine Demo. Aber dann muss man einfach identifizieren, wer da betroffen und Interesse hat. Also ich sage jetzt mal, das sind die Sozialarbeiter selber, das sind Lehrer und Lehrerinnen unter Umständen, das sind Schüler und Eltern. Also die vier Gruppen würde ich jetzt erst mal so, und dann ist die Frage, wie kommen wir an die dran? Also alle, theoretisch alle, weil jeder hat Kinder, Enkel und, ne, also das ist ja das Schöne. Eigentlich sind ja alle betroffen. Wenn so diesen Sozialarbeiterkreis Sie, alle Sozialarbeiter übernehmen, gucken, wie finden wir vielleicht in jeder Stadt ein, der sich da den Hut auf den Kopf setzt und der in der einzelnen Stadt mobilisiert. Wir haben ja jetzt die Chance, zum Beispiel über die Landesschülervertretung auf Schüler zuzugehen und das sage ich mal, auch wie so eine Streuung, ne, dann wird ja weitergegeben, an die Schülersprecher, dass man da so einen Weg sucht und Schüler da mobilisiert und organisiert. Dann haben wir sicherlich mehrere Elternvertreter, die wir ansprechen können von verschiedenen Schulformen. Da haben wir ja auch irgendwie Kontakt, dass man da versucht, irgendwie so eine gemeinsame Strategie zu machen, wie wir vorgehen. Das braucht ja auch alles Vorlauf, ne, erst mal jetzt abzufragen, wie ist das Interesse, dass man so fürs Frühjahr, sage ich mal, März, April, Mai, da vielleicht noch mal so einen Aufschlag auch machen kann, wenn man sich dazu verabredet und sagt, jeder übernimmt jetzt da seinen Part, dann glaube ich schon, dass wir das hinkriegen könnten. Und zwar nicht mit 100 Leuten, sondern dann schon etwas größer. Da können wir ja dann auch... Was wäre denn noch mal die Zielrichtung des politischen Antrages? Einen Haushaltsansatz zu kriegen und oder eine Gesetzesverankerung? Also Haushaltsansatz würde bedeuten, eine Verordnung dann oder würde das dann weiter eine rechtliche Grundlage geben? Ein politischer Antrag würde im Prinzip auch nicht mehr und nicht weniger bedeuten, dass das die Landesregierung aufgefordert wird, bestimmte Dinge zu tun. Und sei es darum, irgendwo Geld frei zu schaufeln. Und sei es nur allgemein gesagt, eine Lösung zu finden. Eine Lösung zu finden, genau. Also das wäre ein politischer Antrag. Das ist kein Haushaltsantrag. Aber den kann man ja zusätzlich für 15 auch schon wieder konkretisieren und sagen, das sollte da und da festgeschrieben werden. Kann man. Man kann so viel wie möglich. Die Sache ist so, man kann natürlich in einem politischen Antrag eigentlich fast genau wortwörtlich reinschreiben, was man haben möchte. Man kann aber auch die Sache allgemeiner formulieren, indem man gewisse Lösungsmöglichkeiten, hatte man einen Vorteil. Ich kann mir jetzt einen idealen Lösungsweg vorstellen und stelle den Antrag und dann stellt sich aber doch hinterher raus, naja, war doch nicht so sehr der optimale Lösungsweg. Die haben doch recht und die Lösung, die Sie anbieten, ist ja gar nicht so falsch. Deswegen ist es auch nicht unbedingt falsch, vor allem weil diese Anträge ja später auch dann wieder in den Ausschüssen beraten werden, die Sachen in einem politischen Antrag nicht zu konkret zu machen. Ja, klar schon sagen, was man will, aber an der Stelle, wo man sagt, naja, gut, da ist es mir jetzt nicht so wichtig, ob das linksrum oder rechtsrum passiert, dass man dann da auch nicht die Vorgabe macht, damit dann auch die Diskussion im Ausschuss nicht allein schon wegen, dass der Antrag nicht direkt schon abgelehnt wird, von wegen, das geht ja gar nicht. Also ich wollte auch noch mal anhaken, es geht ja, das, was wir wollen, ist eine Verstetigung von Schulsozialarbeit. Weil die Fachleute sollten in der Regierung sitzen und die sollten auch überlegen, wie sie sich finanzieren. Herr Schneider wollte mir seinen Haushalt nicht geben, ich habe ihm gedacht, ich finde Geld. Aber er weigert sich, mich nicht da genau hingucken zu lassen. Also die sitzen ja oben. Und wie Sie das sagen, wer kann natürlich Ideenvorschläge machen, das versuchen wir auch die ganze Zeit zu sagen, wir arbeiten in dem Bereich, wir arbeiten in dem Bereich, wir arbeiten in dem Bereich, nicht mitgucken, wo ihr Geld übrig habt. Aber letztendlich ist es ja die Entscheidung der Leute, die wir gewählt haben, dann auch die richtige Entscheidung zu treffen, die vermeintlich richtige. Und wenn wir zu viel vorgeben, dann verbauen wir uns Möglichkeiten. Oder wir graben anderen Stellen Geld ab, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, nicht zu viel verlauten zu lassen, damit die Kollegen in anderen sozialen Bereichen nicht die Doofen sind. Weil dann wird es nämlich da in erster Linie weggestrichen und nicht bei anderen Stellen, wo wir das erwarten würden. Zu dem, was zu tun ist. Ich denke, da wo Aktivität ist, passiert das mit den Landtagsabgeordneten in Dortmund, in Wuppertal und an anderen Orten. Die Frage einer zentralen Demonstration, ich denke, spätes Frühjahr ist zu spät, nicht nur für Wuppertal, auch für viele andere Orte an der Stelle. Die zweite Frage ist die, wen und in welchem Umfang mobilisiert man. Wir hatten in Wuppertaler Demonstration mit 2.000 Leuten, quer durch alle betroffenen Gruppen, auch mit Eltern, Schülern. Und das war aber auch nur deshalb in dem Rahmen möglich, weil wir es erreicht haben, dass die Wuppertaler Stadtwerke die Betroffenen umsonst an dem Tag transportieren, weil viele der betroffenen Eltern und Kinder sonst nicht zum Demonstrationsort gekommen wären. Und da sehe ich keine Möglichkeit, die nach Düsseldorf zu kriegen. Ich sage mal, wenn wir 2.000 Wuppertal nach Düsseldorf vor den Landtag kämen, vielleicht 100 davon. Insofern sollte man sich noch mal fragen, ob andere Formen der Demonstration, der Mobilisierung der Massen, wie man es so schön sagt, nicht sinnvoller sind, als die Demonstrationen hier vor dem Landtag. Wie wäre denn die Möglichkeit, dass eventuell Demonstrationen in den Städten selber stattfinden, zeitgleich, am selben Tag? Und das auch über Presse bekannt zu geben, dass überall in NRW, sage ich jetzt mal, jede Stadt für sich die Demo macht, aber mit einem Ziel, die Schulsozialarbeit zu erhalten. Da bräuchte man nicht zum Landtag kommen? Finde ich von der Idee her schön, aber die Kleinen gehen dabei unter. Wir haben auch Kollegen in kleinen Städten, da sind drei, vier, fünf, und die wird man nicht hören. Und die werden auch keine Demo in ihrem Ort, also, verstehen Sie mich, die werden dann auf der Strecke bleiben, und dann weiß ich nicht, ob es dann so effektiv ist. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass es für NRW ist. Nicht nur für Wuppertal oder Dortmund. Ja, aber meinen Sie denn, die kleinen Städten kommen dann hierhin? Es gibt vielleicht auch Gewerkschaften, die transportieren können. Wir sind ja mit Verdi, also ich vertrete ja auch Verdi hier mit, im Bereich Schulsozialarbeit. Ich habe die Verdi-Gruppe in Dortmund gegründet, wollte kein anderer. Und die Verdi hat gesagt, ja, dann brauchen wir jemanden. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass vielleicht darüber, was zu organisieren ist, busstechnisch über GW und Verdi, um die Leute hin zu transportieren. Das wäre nicht das erste Mal. Also wir sprechen zum Beispiel im Januar mit der Sabine Uhlenkott, die Landesvertreterin Verdi, mal gucken. Da würde ich zum Beispiel mal anfragen, ob sie sich das vorstellen kann. Wenn das flächendeckend ist, ist das eine Idee. Werdet Mitglieder, ne? Hi, hallo. Ja, eine Kleinigkeit zum Thema Demonstration, Organisation von Demonstrationen. Ich würde dem absolut zustimmen. Flächendeckend wirkt das sogar gut. Wir hatten vor zwei Jahren aus einem anderen Themenbereich eine Demonstration gegen den Abschluss des sogenannten Anti-Counter-Trade-Agreement, also ACTA gehabt. Da hatten wir organisiert, zeitgleich, simultan, quer durch Europa in 500 Städten Demonstrationen. Das hatte zur Folge, dass innerhalb von zwei Wochen die Bundesregierung zurückgerudert hat, neben anderen Regierungen auch. Diese Herangehensweise funktioniert dann, wenn man eben diese kleinen Demonstrationen, die man in einzelnen Ortschaften hat, nicht als vereinzelt darstellt, sondern als Teil einer größeren, simultan stattfindenden Aktion. Das ist darüber hinaus auch für die Polizei eine ganz interessante Aufgabe, logistischer Art, weil sie ja simultan dann an mehreren Stellen Demonstrationen im Grunde genommen absichern müssen. Und man kann das natürlich dann auch bis zum Exzess übertreiben. Aber wenn man es schafft, dass in Nordrhein-Westfalen zeitgleich in vielleicht 50 Orten, Sie sagten, 30 werden ja schon bereits organisiert, kleinere Demonstrationen stattfinden, zeitgleich mit dem Verweis darauf, dass die an anderen Stellen auch zeitgleich stattfinden, dann hat man eine Flächenpräsenz, dann hat man auch gleichzeitig etwas, was eine Medienpräsenz hervorruft und man hat die Möglichkeit gegeben, dass die Leute daran teilnehmen können, ohne dass es für sie einen besonders großen Reiseaufwand darstellt, weil man bildet, dann zieht man halt eben zu kleinen örtlichen Clustern zusammen. Und das funktioniert durchaus und das funktioniert hervorragend. Und das wird meiner Meinung nach maßgeblich davon abhängen, ob wir die Schüler mobilisieren können, weil das ist ja die Masse. Also wenn wir Schüler dazu kriegen, da hinzugehen, dann hast du ja Leute, das ist ja, und man kennt ja so die Mittel, wie man das macht. Entweder macht man das zur Unterrichtszeit und lässt die Leute da hingehen, weil die gehen dann lieber eine Stunde in die Stadt, wenn der Physikunterricht ausfällt. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ansonsten muss man einfach tatsächlich gucken, wann man sowas macht. Die wird man natürlich nicht schlecht, nur samstags morgens um 10 mobilisieren können. Das ist so meine Erfahrung, auch aus meiner eigenen Schulzeit, dass man einfach guckt, wo gibt es da Möglichkeiten, Schüler dazu zu bringen, tatsächlich da hinzugehen. Also was hier als Schwierigkeit häufig herausgestellt, bei den Sachen, die geplant wurden, war, dass die Schulleitungen an der Stelle mitgezogen haben. Die haben immer Sorge, aufgrund ihres Beamtenrechts, da was zu erlauben, was nicht geht. Also in Dortmund haben sie, haben Schulen dann mitgemacht, aber die Schulleitungen nicht. Also die haben dann geschickt. Ich weiß, in Wuppertal hat sich, glaube ich, der Herr Gottsmann zur Verfügung gestellt, das zu organisieren über die AWO, weil keiner bereit war damit, mit dem Gesicht in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, ich habe das organisiert. Er hatte davon erzählt, dass er da eigentlich darüber so reingerutscht hat, das kann doch nicht sein, jetzt mache ich das. das ist halt an vielen Orten und vielen Stellen. In dem Bereich ist das eine heiße Kiste. Sie sind im öffentlichen Dienst und Beamten. Für Schule ist das schwierig. Also ich kenne ganz viele in Dortmund auch. Ich habe jetzt für Westpul eine Schule gesucht. Ich habe aus Städten gehört, aus dem Aktionsnusschuss, wir haben Pressesperre. Also ich habe gehört, wir wollen nicht, wir trauen. Und selbst in Dortmund, wo wir ja schon die Unterstützung von der Kommune haben und auch öffentlich propagiert wird, wir wollen euch behalten, wir wollen hier die Schulsozialarbeit. Selbst da ist es immer noch schwierig, Schulen zu finden, die bereit sind, ihr Gesicht dahin zu halten. Ich denke dann immer, will Ernstberg zum Beispiel alle entlassen. Ich weiß nicht, was da für eine Angst besteht oder ist das so die Strukturen? Egal, aber deshalb, also ich finde das eine tolle Idee. Ich bin da jetzt noch nicht so ganz überzeugt, dass das so funktioniert. Bei dem Thema, weiß ich nicht. Gerade weil ja auch unerfahrene Städte darunter sein werden, die noch gar nicht so weit sind wie wir und für uns ist es schon Kampf. Die Situation mit Schule ist halt ein bisschen tricky an der Stelle. Wuppertal ist noch ein bisschen besonders. Die erste Anmeldung hatte der Jugendamtsleiter gemacht und das gab dann doch etwas Aufregung in der Stadt, dass da jemand anderes da mal sein Gesicht hinstellen musste. Uns waren durchaus einige bereit. Aber es gab in der Tat sehr viel Verunsicherung bei Schule, Nicht-Weitergabe der Aufrufe zur Demonstration in der Schule, Verbot von diesem und jenem durch Schulamt, nicht die Möglichkeit aufzutreten, als Schule bei der Kundgebung, sondern als GEW. Es war natürlich eine Vertreterin, als Lehrerin, aber nicht als Lehrerin, sondern als GEW. Also diese Frage des Beamtenrechts ist da nicht so ganz einfach zu handhaben. Und ich glaube, wenn man sagt, während der Schulzeit wird es schwierig, da irgendjemanden da hinzukriegen, weil Schule dann an vielen Stellen, nicht immer und überall, aber an vielen Stellen blocken wird und eigentlich blocken muss und natürlich an vielen Stellen auch blocken wird. An der Stelle. Also insofern ist die Frage, wie macht man das sinnvoll und gut, nicht so ganz einfach zu beantworten. Wir haben die Demonstration in Wuppertal auch so geplant, dass der Herr Gottsmann von der AWU und die Elternpflegschaft das übernommen haben, damit die Schulleiterinnen da möglichst rausgehalten worden sind. Ja und bei so einer Simultan-Demo müssen Sie das an vielen Orten Leute finden, das meine ich. Also es wird dann sehr kompliziert und Sie müssen viele Menschen dann finden, die sich engagieren, dauerhaft auch die Leute zu mobilisieren in jeder Stadt. Also in Dortmund war das schon Kampf, aber wir sind wirklich eine kleine Gruppe in Dortmund, die das stemmt immer wieder. Wir holen dann immer welche mit an Bord zwischendurch, aber da brauchen Sie einen langen Atem. Also es muss auch stemmbar sein, für jeden Einzelnen dann für sich vor Ort. Das ist die Bedenken, die ich dabei habe, weil ich weiß, wie viel Arbeit wir reingestellt haben und wie viel Arbeit das war. Also ich weiß, dass die GW und auch Verdi ja auch total dahinter stehen. Also wir wollen ja auch unbedingt Schulsozialarbeit und vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, dass man das in den Orten über die Gewerkschaften macht. Und da werden dann nämlich auch die Beamten, können dann eben als GW Teilnehmer auftreten, also wenn sie das denn wollen. Ich würde da noch einmal darauf eingehen. Also es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich an Orten, Gewerkschaften, die dahinter stehen, aber unterschiedlich engagiert, die Leute auch unterstützen, je nachdem, ob schon welche organisiert sind oder nicht oder die andere Interessen haben. So hoch, man hatte zum Beispiel Opel als Fokus, jetzt mal so als Beispiel sagen, da geht es um drei Stellen, oder da geht es um ein paar tausend Stellen, das darf man auch nicht vergessen. Also es ist unterschiedlich, aber eben, das ist ein Versuch. Ich weiß nicht, was die Sabine Uhlenkott war da bei der LRG-Gründung und mit ihr werden wir auf jeden Fall ins Gespräch gehen und in der ein paar Stufen von der GW habe ich auch kennengelernt, mal gucken, was da geht. Ich habe die aufgefordert, sich zu beteiligen, weil das kann nicht sein, dass nur wir mit der Werde in Dortmund, mit dem Martin Stein mit so super zusammenarbeiten, von den anderen Städten nichts passiert. Also seit über mehr als einem Jahr, eigentlich fast zwei Jahren sind wir jetzt ja schon, wir haben eigentlich von Anfang an uns schon da ein bisschen mobilisiert und hat einem Jahr gewerkschaftlich, also schon ein bisschen traurig gewesen. Eigentlich hätte mir mehr Resonanz über die ganze Zeit auch gewünscht. Deshalb, aber ich werde das mit ihr auch besprechen. Ich würde gerne noch einen Vorschlag machen, weil das hört sich ein, auf der einen Seite hat diese Sache mit dem, das Dezentral in allen Städten zu organisieren, unheimlichen Charme, nämlich genau der ja schon beschrieben worden ist, weil das, wenn man das dann auch bekannt macht, ist das schon eine enorme Zahl, weil nämlich dann auch die Zahlen natürlich zusammengezählt werden und als eine Demonstration ausgegeben werden. Ja, es wird dann zwar gesagt, es wurde an 50 verschiedenen Orten demonstriert, aber insgesamt und das macht sich besser, als wenn ich nur eine Demo mit einem Zehntel der Leute habe. Auf der anderen Seite sehe ich auch sehr, sehr stark das Problem, wie mache ich das in kleinen Städten, kriege ich das da überhaupt geregelt? Ist es nicht eventuell in mancher Stadt so, dass sich so sehr die Stadt dagegen stellt? Also die Probleme muss man im Auge haben. Was ich von daher vielleicht vorschlagen würde, dass man das Ganze kombiniert, dass man kann nicht in jeder Stadt, die eine Schule hat, so eine Demonstration jetzt abhalten. Das wird nicht funktionieren. Man kann aber zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich habe die Demonstration in Wuppertal mitgekriegt, wenn das nochmal in Wuppertal so auf die Beine zu stellen wäre, würde ich natürlich sagen, hey, Wuppertaler kommt nicht unbedingt nach Düsseldorf. Aber gleichzeitig wäre es ja vielleicht nicht falsch, hier in Düsseldorf eine Zentraldemo anzubieten, als die Hauptdemonstration, wo alle die hinkommen können, wo in der Stadt, wo in den jeweiligen Städten nichts geschieht. Also sei es, weil sich keiner verantwortlich gefühlt hat, das überhaupt in die Wege zu leiten, weil die Leute dort auf anderen Stellen blockiert werden, was auch immer. Da können ja jetzt tausend Gründe stattfinden. Und dass man das dann so hat, dann hat man vielleicht nicht hinterher 50 oder 60 Städte, sondern nur 20 Städte, in denen es passiert. Aber dort finden dann wenigstens große, angekündigte Demonstrationen statt. Und dann noch die Zentraldemonstration hier in Düsseldorf, wo ja dann auch noch hingegangen werden kann. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, eine Kombination aus beidem zu machen. Weil es hat schon immer etwas, wenn man hier vor dem Landtag, wenn die Demonstrationen groß genug sind, ist es dann immer, zumindest wenn es hier an Plenartagen passiert, immer ein Thema in der Zeitung wird. Und ich würde mich wundern, wenn da nicht auch irgendwie Westpol oder sonstige irgendwelche Leute von der Presse zur Demonstration kommen und da irgendwelche O-Töne abgreifen wollen, weil sie das am Abend im Fernsehen bringen. Und das ist dann wieder die Sache. Die werden natürlich auch wissen, dass das in den anderen Städten dann passiert und das wird einfach eine gewisse Aufmerksamkeit in der Bevölkerung hervorrufen und somit natürlich auch wieder einen Druck auf die Politiker ausüben. Das wäre auch von der Vorbereitung sinnig. Wir haben ja auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dann im Ruhrgebiet eine zu machen. Also für Bochum, Dortmund, so einen bestimmten Kreis zusammen. Dann ist das vom Organisieren auch nicht so aufwendig, wenn man das auf zentrale Städte legt. Einmal irgendwie ein OWL und dass man so bestimmte Schwerpunkte legt. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Weil ich glaube auch nicht, dass wir das in allen Städten schaffen. Wir finden nicht überall jemanden, der sich da den Hut auf den Kopf setzt. Das wird nicht gelingen. Ja, Frage, was können wir tun? Also ich denke, das ist eine Sache, die wir gerne unterstützen. Aber erst mal diese Vernetzung vor Ort mit so einer Demo, die können wir hier aus unserer Ecke nicht leisten. Was können wir tun, um das zu unterstützen? Wir können selbstverständlich, wenn wir einen Termin finden, das müsste dann ja ein Plenartag sein, bestenfalls, dann sind ja alle Abgeordneten hier. Wir könnten dementsprechend noch mal einen Antrag schreiben, halt auch passend dazu. Was könnten wir noch tun? Wir können von hier sicherlich auch noch mal Leute ansprechen, anschreiben, an die ihr vielleicht nicht so gut drankommt. Also das ist immer noch eine Chance, dass wir eher Gehör finden, dass wir noch mal mit Leuten Gespräche führen. Da müssten wir einfach eigentlich eine Liste machen, wer da relevant ist. Also ich fand es jetzt gerade noch mal ganz gut, dass der Herr Wagner hier da war und die Kommunen vertritt, dass man dann auch die Vereinigung der kommunalen Spitzenverbände noch mal zu Gesprächen legt, weil es ist auch ihr Problem. Sie sind interessiert an der Thematik, dass wir noch mal genau gucken, wen können wir da ins Boot holen. Das wäre zumindest das, was wir jetzt hier aus dem Landtag heraus leisten könnten. Und einfach Ansprechpartner für alle weiteren Ideen oder wenn jemand noch was weiß, was wir jetzt noch machen können, immer her damit. Und weil wir und eventuell auch, weil manchmal ist es auch einfach ja nur eine Informationssache. Es ist nicht zwingend, dass wir hier schneller an Informationen kommen, aber es passiert schon mal, dass wir ein paar Informationen haben. Wir würden die dann auch jetzt erst mal weiter verteilen. Insoweit zum Beispiel das, was ich vorhin erzählt habe, ob sich das noch irgendwo konkretisiert. Ich habe bis jetzt, wie gesagt, mit einem Abgeordneten der SPD erst jetzt darüber gesprochen, der mir dann sagte, bis Ende Februar soll es eine Lösung kommen. Aber zum Beispiel, sobald ich da irgendwas konkretisieren würde oder ich da weitere, ich sage zurzeit immer noch Gerüchte höre, würde ich sie trotzdem erst mal weitergeben. Aber dafür braucht man einen Verteiler. Den haben wir, glaube ich. Den haben wir. Ja, okay. Wenn ja alle relevanten Leute drauf sind, ist es gut. Ja, ich glaube nicht. Eine Kleinigkeit so als Anmerkung. Aus organisatorischer Sicht wie auch aus Medienwirkungssicht ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man einen politischen Antrag, der ja immer parteipolitisch eingefärbt ist, simultan zu einer Demonstration macht, die im Idealfall ja völlig neutral ist. Weil, wenn ich jetzt zurückgreife nochmal auf die Akta-Thematik, da hatten wir auch Vorgespräche mit bürgerschaftlich Engagierten und auch anderen politischen Parteien und es wurde sich darauf geeinigt, das Ganze in No-Colors zu machen. Das heißt, dass man von politischen Vereinigungen, von politiknahen Gruppen jegliche Werbeflaggen und dergleichen weglässt. Und genau das hat es dann sozusagen bewirkt, dass sich die Leute auf das Thema hin einigen konnten, weil es gibt einen parteiübergreifenden Konsens, der dann immer dann zerstört wird, wenn irgendjemand ankommt und ein Bildchen hiervon hochhält und ein Bildchen davon hochhält und plötzlich hat man rote, gelbe, grüne, blaue Flaggen überall und die eigentlichen Themen geraten dann in den Hintergrund. Deshalb, wenn ein Antrag zu dem Tag gemacht wird, dann sollte man im Vorfeld versuchen, den möglichst auf ein breites Bündnis zu stellen oder aber dann im Nachgang dazu, weil ansonsten sitzt man dann da und dann hat man plötzlich die Leute, die man irgendwie organisiert hat, die von der SPD sind oder die SPD nahe sind, dann plötzlich vor den Kopf gestoßen, wenn sie sich von Karren gespannt fühlen. Das ist immer schwierig. Sie wissen ja auch, dass wir hier im Landtag, dass Sie die Möglichkeit haben, unten in der Lobby einen Stand zu machen oder eine Ausstellung zu machen oder ein Infomaterialien zu verbreiten. Vielleicht wäre das auch zeitnah noch eine Idee, das damit zu verbinden. Ich wollte Ihnen nochmal beipflichten. Schön, dass Sie das gesagt haben, weil wir haben im Aktionskreis so gearbeitet. Dadurch haben wir auch Mitglieder verloren. Die wollten die Demo nicht gegen unseren Bürgermeister, sozusagen, beziehungsweise parteipolitisch. Und wir haben immer gesagt, wir arbeiten überparteilich. Das soll auch so ein Aktionsbündnis sein. Deshalb bin ich auch hier. Deshalb war ich auch bei dem Antrag. Weil das ist unabhängig davon. Ich denke, das geht alle an und sollte wichtig für alle sein. Und deshalb finde ich es auch gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Wir wollen keinen vor den Kopf stoßen. Wir wollen das alle mitziehen. Sollte die Idee der Demo jetzt hier nochmal konkretisiert werden und schon eine Absprache getroffen werden? Wann könnte, sollte das sein? Oder wie vernetzt man sich? Aufgrund der Lage, zumindest in Wuppertal, würde ich sagen, ist eigentlich Ende Februar fast schon zwingend notwendig, weil dann gibt es nur noch einen Monat lang nach einer Lösung zu finden, wenn sie bis dahin nicht da ist. Ja, also alles andere wird dann noch. Wobei zur Zeit, ich muss sagen, bei dem Thema ist es sowieso die ganze Zeit. Ich beschäftige mich seit Anfang des Jahres damit. Und es ist die ganze Zeit immer so, es ist zur Zeit nicht besonders günstig. Noch was warten. Noch was warten. Und das war das Dumme. Deswegen stehen wir nämlich jetzt auch am Ende des Jahres und haben immer noch keine Lösung, weil die politischen Konstellationen immer sehr ungünstig waren, um eine Lösung zu finden. Jetzt hoffe ich mal, dass der Zwang des Zeitdrucks doch irgendwann dazu führt. Aber dann muss auch natürlich schon relativ schnell jetzt Druck von aufgebaut werden. Auf der anderen Seite, ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, so etwas innerhalb von zwei Monaten auf die Beine zu stellen. Das ist mir natürlich auch klar. Also Plenum, wann hier richtig was los ist, ist im Februar, am 19.20. und 21. Februar. Und die im März dann? Im März. 26.7.28. 27.7.28. Ich denke, zur Vernetzung am breitesten aufgestellt, ist das Aktionsbündnis Nordrhein-Westfalen. Da ist zwar nicht alles vorhanden, aber zumindest schon mal vieles. Aber überall da, wo Aktivität ist, ich glaube, die hängen da mit dran und hat man auch ein paar Teile dazu. Also der Herr Gottsmann ist ja auch als Koordinator mit mir und Martin Steinmetz und zwei junge Damen aus Herne, wobei die eine jetzt schon die Stelle verlassen hat. Aber wir treffen uns auch. Und Frau Körber, Sie haben ja Verteilerlisten und würden ja theoretische Infos an uns und wir können das dann über das Bündnis streuen und haben ja auch die Listen noch von den Menschen, die auch bei der Gründung des Aktionsbündnisses dabei waren. Also es gibt Aktive und es gibt nicht Aktive, die aber interessiert sind. Und darüber würden wir gehen über alle Verteiligen und über die LRG, Schulsozialarbeit NRW. Und ich bin mit der Heike Meysen, Herr Sassi kennt ihr, die Heike Meysen, die stellvertretende Landeseltern, Pflegschaftsvorsitzende. Ich hatte Ihnen den Kontakt geschickt. Die wusste auch heute von dem Termin und die ist auch im Aktionsbündnis. Also die sind da auch schon mit vernetzt. Mir fällt jetzt gerade noch eine Sache ein, um eventuell auch an Informationen zu kommen, was jetzt in der nächsten Zeit geschieht. Und zwar die Fachpolitiker in den einzelnen Kommunen, also auf kommunaler Ebene mal ansprechen, denn eventuell oder möglicherweise sind denen auch schon Sachen gesagt worden, was zumindest in Aufsicht steht. Inwieweit da zurzeit offen darüber gesprochen wird, ist eine ganz andere Frage. Unter Umständen kriegt man dort aber auch schon mal Informationen aus vorgehaltener Hand, ohne dass man die Person weiter nennen darf. Ich nenne ja jetzt zurzeit auch nicht den Abgeordneten von der SPD. Es ist einfach eine Freundlichkeit, auch ihm gegenüber, weil ich weiterhin keinem irgendwie was möchte. Aber es ist eventuell auch eine Möglichkeit, an Informationen zu kommen, was überhaupt geplant ist, was überhaupt ansteht, oder ob überhaupt schon was geplant ist. Denn wenn, sagen wir mal so, schlimmstenfalls kann er Ihnen nur sagen, ich bin mit uns noch nie drüber gesprochen worden im Ausschuss in der Stadt. Bestenfalls sagt er, oder was auch noch geht, ist ja, dass er sagt, ja, aber ich kann Ihnen jetzt noch keine Inhalte nennen, dann wissen Sie aber schon mal das Thema. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass, ja, an der Stelle Informationen abzugreifen. Aber das wird, wenn, nur mit den wirklichen Fachpolitikern auf der Ebene stattfinden. Ich glaube nicht, so wie es aussieht, dass das derzeit schon Informationen sind, die so einfach an die Stadtparlamente oder die Stadträte rausgegangen sind. Wenn, dann werden das einzelne Politiker sein, die diese Informationen haben. Ja, ist das so das Fazit, dass wir irgendwie im Gespräch bleiben, dass wir, ich weiß nicht, wie sieht das mit den Elternvertretern aus? Macht das Sinn aus Ihrer Sicht, dass wir da noch weiter Kontakt aufnehmen, dass wir versuchen, halt auch die Elternverbände mit ins Boot zu bekommen? Ja, ich würde sagen, das macht schon Sinn, weil die Eltern sind ja überhaupt nicht informiert. Ich meine, wir als Landeselternrat haben das ja auch erst kurzfristig erfahren. Und wir informieren natürlich jetzt unsere Schulen und über die Schulpflegschaft die Eltern. und da kann man natürlich Massen mobilisieren, wenn die einmal die Problematik dann haben. Aber das wäre für uns halt auch nochmal ein Weg, wenn wir irgendwie vielleicht einen Brief oder irgendwie was kriegten, weil der vielleicht fachlich so da ist, dass wir den über die Elternverbände auch nochmal streuen könnten. Also der Weg wäre ja auch nochmal machbar. Ja, also die sind, also im Aktionskreis haben wir sowieso den Stadttelternvertreter und wir sind auch mit den Landeselternschaften in Verbindung. Also die kriegen sowieso immer seit, ja jetzt Aktionsmüssen ja neu, aber innerhalb der Stadt bei uns sowieso immer die Infos. Und ich habe auch schon in der Elternvertretung gesessen, gerade direkt am Anfang. Und die Schülerbezirksschülervertretung ist bei uns auch mit an Bord. ja, ja, für Dortmund, ja, Landeseltern sind auch. Also die Frau Meisens hatte ich ja gerade gesagt, die ist informiert, die hat ihren Stellvertreter auch noch mitgemeldet. Den Kontakt hatte ich jetzt auch für heute weitergegeben und die wollten sich darauf einigen, wer jetzt immer speziell sich dann über das Aktionsbündnis für Schulsozialarbeit informiert, weil die halt auch viele Termine haben und wollten eigentlich immer einen Vertreter schicken. Ich weiß nicht, Herr Sass, in welcher, wie Sie jetzt hier hingekommen sind, über die Landes... Genau, genau. Und die Heike, hat sie mir gesagt, sie wird dann immer jemand, wenn sie nicht kommt, genau, also das ist schon der, eigentlich der Draht, sozusagen, ja. Die Landesschülervertretung wäre vielleicht noch, wenn Sie dann Ansprechpartner haben. Dann muss man solche Veranstaltungen auch nicht unnötig in die Länge ziehen, meine Ansicht nach. Es ist Freitagabend, die Family freut sich auch. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren und ich glaube, wir haben vielleicht es geschafft, hier etwas ganz Gutes einzustellen. Wenn wir da konsequent dran arbeiten, dann glaube ich, kriegen wir das irgendwie Februar oder März hin. Vielen Dank. Ich wollte auch noch einmal Dank aus betroffenen Sicht sagen, die Piraten waren in der Zeit, als hier im Lande alles ruhig war, die einzigen, die sich in der Sache engagiert haben und das Thema am Kochen gehalten haben. Das finde ich sehr gut. Und nochmal herzlichen Dank an der Stelle dafür. Gerne.